Wir wollen jetzt sprechen über Eintracht Frankfurt. Das ist auf Rang 6 gelandet, aber wenn das alles so wunderbar wäre nach der Saison, dann hättet ihr nicht so viel über Eintracht Frankfurt gehört in den letzten Wochen hier im Rasenfunk. Und deshalb freue ich mich jetzt mit Carsten Schellhorn vom HR genau darüber sprechen zu können. Jetzt geht's los mit unserem Intro. Was der Linienrichter heute geboten hat, es gibt nur eine Steigerung, dass der Linienrichter den Ball bei uns ins Tor reinschießt und sagt, ich war es aber nicht gewesen. Der ausführliche Saisonrückblick Tja, langsam Linienrichter, das ist natürlich meine erste Frage. Nein, Quatsch. Carsten, schön, dass du hier bist im Rasenfunk. Hi. Ja, Christoph Daum, besonderer Freund von mir, ja. Ist das so? Welche Daum-Geschichte hattest du? Es gab mal, das gibt es auch immer noch irgendwo bei YouTube, irgendein Film wurde darüber gemacht, ich glaube von den Kollegen von Sport1. Das war kurz nachdem er abgestiegen ist mit der Mannschaft und dann standen wir da alle im Rund, 20 Journalisten und Herr Daum. Und ich war mehr oder minder der Einzige mit Fernsehkamera, von daher gruppiert man sich dann dahin. Und dann fragte ich ihn die fatale Frage, ob er gescheitert sei in Frankfurt. Und darauf ging er unglaublich ab und hielt eine Wutrede und sagte, er sei so von mir gewarnt worden und er hätte mich sogar in seinen Garten eingeladen. Und was er nun da zurückbekomme, das sei allerhand, also in den Garten eingeladen, das war, weil er war nicht in Frankfurt und ich wollte ihn interviewen. Und dann sagt er, naja, ich habe mein neues Haus in Köln, dann kommen Sie halt hier vorbei. Dann bin ich da hingefahren, habe ihn interviewt, das war in den Garten eingeladen. Und er ist so abgegangen, es ist wirklich, also hier in Frankfurt war es wirklich eine legendäre Wutrede von Daum und verbindet uns auf ewig. Und er hat, wir haben uns dann auch mal getroffen und haben uns wieder lieb. Das ist sehr interessant, weil ich wurde nicht vor dir gewarnt, du wurdest mir empfohlen. Du, ich kann das auch verstehen, ja, da steht so viel auf dem Spiel und er hat auch gesehen, dass es dann wahrscheinlich mit der Karriere dann zu Ende geht, mit dieser Nummer. Und das ist schon hart, also das, glaube ich, können wir alle gar nicht ermessen, wie die nur drüber reden und nie entscheiden müssen, wie hart das ist, dann da mit der Eintracht abzusteigen und ja, gescheitert zu sein am Ende. Und das möchte man sich auch nicht eingestehen. Ich dachte, er ist nicht gescheitert, wie kannst du denn mit? Ja, nein, Entschuldigung, tut mir leid. Ja, aber ich finde das ja insofern ganz passend, das war jetzt natürlich alles nicht geplant. Keinen Fall. Es macht einem ja quasi das Niveau deutlich, auf dem die Eintracht Frankfurt jetzt jammert. Also ich will damit nicht das Jammern kleinreden, ich will nicht sagen, ihr habt keinen Grund, euch zu beschweren, aber wir reden hier über einen Tabellensechsten, der die Europa League erreicht hat, vielleicht auch die Champions League. Und trotzdem haben sie alle schlechte Laune in Frankfurt. Du scheinst mir die Ausnahme zu sein. Nein, 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 also ich bin ja, also ich bin auch Journalist und Reporter, aber ich gehe auch oft privat mit meinem Sohn ins Stadion und da erlebt man das alles ganz anders. Ich würde jedem Journalisten empfehlen, jedes zweite Spiel bitte mit dem Kumpel oder mit dem Sohn oder mit der Tochter oder mit der Frau oder mit der Freundin ins Stadion zu gehen und den Block drumherum zu spüren. Ja, wo wird da gemurrt, wo wird da auch gepfiffen vielleicht mal und das war in dieser Saison schon in einigen Spielen von Eintracht Frankfurt bei den Heimspielen so, dass die Unruhe da sehr groß war, was man in den Jahren davor nie erlebt hat. Und ich glaube, es gab noch nie einen Ausgang einer Saison einer Mannschaft, wo das Erreichte, nämlich Platz 6, du hast es gesagt, Europa League, vielleicht, wenn Dortmund Real Madrid schlägt, sogar Champions League. Das Erreichte in so einem diametralen Gegensatz steht zur Stimmung bei den Fans. Es ist wirklich Wahnsinn, ja, also wie du schon sagst, also eigentlich denken alle, wir sind gerade abgestiegen, so ist die Stimmung, weil die Spiele halt nicht gut waren und ja, weil der Spaßfaktor einfach nicht da war. Dieses Wilde, dieses Anarchische, dieses Umschaltspiel, was man von Hütter und Glasner, den früheren Trainern kannte, das gab es halt nicht. Es war oft lähmend, es war lähmend und das ging den Leuten furchtbar auf die Nerven, weil man ihnen sagte, jetzt haben wir in dieser Winterpause mit Icky Ticke, mit Van de Beek, mit anderen im Sommer eine klasse Mannschaft zusammengeholt und jetzt muss es werden, jetzt greifen wir da oben an, ja, die Top 4. Und dann war es alles andere, ja, es war oft sehr, sehr fad, es gab wenig Höhepunkte und viele Tiefpunkte. Das, was Sportvorstand Markus Krösche nach dem letzten Spiel gegen Leipzig gesagt hat und alle verwundert hat. Da steckt sehr viel drin und trotzdem würde ich aber gerne nochmal beim größeren Kontext bleiben, denn mir stellt sich die Frage, wer sind die Leute, die da mohren? Denn, dass der Fußball jetzt oft nicht schön wird und die Ergebnisse auch nicht immer gestimmt haben, da würde ja keiner gegen argumentieren. Du hast aber ja auch schon in deiner Antwort gerade gesagt, zur Winterpause hatte man dann den Kader zusammen, jetzt können wir richtig angreifen und das funktioniert ja auch nicht immer, dass jemand im Winter holt und der dann sofort direkt einschlägt. Auch bei EKTK nicht, aus wahrscheinlich Fitnessgründen, aber das ist eben ganz typisch. Wintertransfers funktionieren selten. Das ist schwierig, dann jemand schnell anzubinden. Ja, absolut, ja. Und klar war der Fußball jetzt nicht so, dass ich hier oberkörperfrei mir das alles angeguckt habe, weil es irgendwie so dramatisch war. Aber die Frage, die sich mir stellt, ist, liegt das vielleicht auch an den guten letzten sechs, sieben Jahren bei der Eintracht? Ja, natürlich. Du hast doch auch die Funkeljahre gesehen. Ja, natürlich. Die lähmenden, bleiernden Funkeljahre und Bruchhagenjahre, die zu der Zeit das Richtige waren, weil die haben halt verhindert, dass es noch schlimmer kommt. Wir haben jetzt viele Beispiele, die da in der zweiten oder sogar in der dritten oder nehmen wir mal den MSV Duisburg in der vierten Liga sind, wo es ganz schlimm gekommen ist. Es gibt ja kein Gesetz, dass ein Verein, der eine so große Base hat, siehe Köln, siehe Schalke, dann in der ersten Liga spielen muss. Ja, also das war schon zur richtigen Zeit damals. Aber, wie du schon sagst, ja, also nach diesem Relegationsspiel gegen Nürnberg, was man so mit Ach und Krach mit einem Tor von Seferovic gewonnen hat, unter Kovac, Niko Kovac. Und dann ging es auf einmal bergauf. Ja, und die letzten oder die vergangenen sechs Jahre war man eigentlich fast immer bei Europa dabei oder war im DFB-Pokal-Endspiel oder war sogar im Europa-League-Endspiel und hat es gewonnen, 22. Es war immer Karneval. Ja, also es war immer was los. Es war immer Party. Es gab immer einen Grund für einen Platzsturm oder für unglaubliche Feiern in der Stadt. Ja, man musste schon irgendwie ein, zwei Jahre vorher konnte man schon den Frankfurter Römer eigentlich buchen. Ja, irgendwas ist wieder angefallen. Und das fiel in dieser Saison halt komplett aus. Das ist ja das eine, ist die Bundesliga-Saison, ja, wo man, wie auch davor übrigens bei Oliver Glasner, in der Rückrunde nichts mehr zustande bekommen hat. Ja, also in der Rückrunde stehst du da mit 20 Punkten auf dem 11. Platz und das ist nicht der Anspruch von Eintracht Frankfurt. In der Hinrunde lief es eigentlich noch relativ gut. Aber das war bei Oliver Glasner, der jetzt so der Übertrainer ist, Crystal Palace und wo er alles in, ähm, gerade gehandelt wird. Da war das übrigens auch so, ja. Also die Rückrunde ist... Ja, bei Michael Skibbe auch, also Eintracht Frankfurt... Bei Adi Hütter, ich habe nachgeguckt, man hat so das Gefühl, dass es da auch war, da war es genau umgekehrt. Aber sonst war eigentlich immer so, dass Eintracht Frankfurt-Hinrunde-Supi und Rückrunde-Nicht-Supi. Und das ist natürlich der Eindruck, der auch bleibt, ja. Also aus den letzten neun Spielen hast du in der Bundesliga einen Sieg geholt gegen Augsburg, wo du eine Halbzeit gut gespielt hast. Du hattest auch andere ganz okaye Leistungen, aber halt nicht mehr, äh, nicht mehr zwei, drei hintereinander. Und das ist so der Eindruck, der bleibt. Und in den vergangenen Jahren, nehmen wir 22, da waren sie ja noch schlechter in der Bundesliga, noch schlechter, Entschuldigung, jetzt, das ist alles ganz schwierig. Also man stand in der Tabelle noch weiter, etwas weiter unten. Ja, da wurde man aber Europa-League-Sieger, ja. Also, wenn du im Pokal ins Endspiel kommst oder im Europapokal fightest und machst und tust und weit kommst, dann verzeihen die Fans von Eintracht Frankfurt alles, ja. Ja, ähm, aber das hattest du ja in dieser Saison nicht. Da hattest du die Tiefpunkte deiner Saison, ja. Also gegen Saint-Gélois, äh, führst 2-0 da in Belgien gegen diese Mannschaft, äh, die ja so viele Talente vorgebracht hat und immer wieder auch abgeben muss. Aber die waren auch wieder ganz gut. Aber du führst da 2-0 und spielst 2-2 und verlierst im Rückspiel. Das war im Februar. Ähm, und schon im Dezember war das 0-2 in Saarbrücken, ja. Also, der Pokal ist so, ja, also, ich hab so manchmal das Gefühl, fast wichtiger als die Bundesliga in Frankfurt, weil man halt so viele positive Erinnerungen daran knüpft, ja. 2018 der Sieg, dieses legendäre Spiel. Jeder könnte, jedes Spielszene, jeder Fan könnte jede Spielszene von diesem Spiel noch aufzählen. Das ist, das ist den Fans wichtig, ja. Und dass du da so jäh und wirklich bitterlich in Saarbrücken, wo auch andere verloren haben, okay, aber da so untergehst, das abschenkst und in der Conference League gegen Saint-Gélois das auch abschenkst, das hat so ein bisschen die Seele beschädigt, ja. Also, diesen Zusammenhalt, ja. Und dann kam noch die Liga drauf zu. Aber wenn man in einem der beiden Pokalwettbewerbe weit gekommen wäre, dann hätte man das den Spielern und dem Trainer und dem ganzen Verein verziehen. So war es halt nicht so. Und so wurde halt, es wurde ja auch von den Verantwortlichen gesagt im Winter, so, und jetzt, jetzt geben wir Gas. Und dann war das halt nicht so, weil Kaleitschitz sich schwer verletzte und weil, jetzt nehmen wir mal Rode, auch als Führungsspieler völlig ausfiel. Und dann ging das halt nicht so. Und dann waren es teilweise langweilige Zähspiele mit vielen Rückpässen und Querpässen. Und dann war diese Stimmung da, ja. Also, das war, es ist so ein Zusammenspiel von allem gewesen. Und die, das habe ich wirklich in den Malen, wo ich dann nicht als Reporter im Stadion war, wirklich über, sehr stark gespürt im Stadion. Alle haben sich jetzt über Platz sechs, das wäre, glaube ich, fatal gewesen. Also, wenn du diesen Platz verspielt hättest, du wärst ja dann vielleicht trotzdem in die Europa League gekommen als Eintracht Frankfurt. Nämlich, wenn Leverkusen das Pokal-Endspiel gewinnt. Aber das wäre nicht das Gleiche gewesen. Ja, also, du bist seit Dezember, warst du auf diesem Platz sechs. Das sagt viel über die Schwäche der Bundesliga aus, hinter den Top vier, fünf. Warst du auf diesem Platz sechs, gewinnst kaum noch ein Spiel, bleibst auf diesem Platz sechs. Und am letzten Spieltag kegelt dich Leipzig dann auch noch von diesem Platz sechs. Also, ich glaube, dann wäre wirklich Abstiegsstimmung gewesen. So ist es noch etwas versöhnlich ausgegangen. Aber was sind deiner Meinung nach die Gründe dafür gewesen, jetzt in der Rückschau, dass man das bisher in den Pokalwettbewerben immer so gut hinbekommen hat? Zumindest immer in einem der Pokalwettbewerbe. Weil vielleicht kann man dann damit so ein bisschen die Kontrastfolie zur jetzigen Saison bilden. Ja, es ist eigentlich das Gleiche, was in der Bundesliga auch passiert ist. Man hat ja versucht, ein neues Spielsystem zu implementieren. Man hat unter Adi Hütter, aber auch unter Glasner immer diesen Hurra-Fußball mit Umschaltmomenten und dann Angriff, Attacke. Diesen Fußball gespielt, den kannst du ein paar Jahre spielen, aber irgendwann musst du irgendwas machen, dass es sich ändert. Weil irgendwann haben sich alle Gegner darauf eingestellt. Das hat man ja auch schon gemerkt. Auch unter Oliver Glasner, wo teilweise auch ganz schwieriger und unerfolgreicher Fußball gespielt wird. Das verklärt sich ja immer so im Nachhinein. Und dann sagst du jetzt, wollen wir aber ein bisschen Richtung Ballbesitzfußball, ein bisschen mehr Kontrolle haben. Und dann hat man das aber nicht so ganz hinbekommen. Also das ist ein langer Prozess. Man hat sich so ein bisschen, nicht offiziell, aber man hat so ein bisschen geschielt zum FC Arsenal, wie der das da hinbekommen hat. Der hat auch zwei, drei Jahre gebraucht, als er durch die Tiefen gegangen ist und auf Ballbesitzfußball umgestellt hat. Und da wollte man irgendwie hin. Aber das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert, weil, und jetzt komme ich zu einer meiner Hauptthesen, der Trainer, sehr viel weiß, der Dino Topmöller, unglaublich viel weiß, aber es irgendwie nicht richtig vermitteln kann. Er ist ein großer Brain, ein Fußball-Nerd, würde ich fast sagen. Aber nicht jeder Fußballspieler ist ein Fußball-Nerd. Also die wollen einfach kicken. Und das hat er nicht so ganz rübergebracht. Und dann sah das immer sehr unausgegoren aus. Und so war es, so hatten sie irgendwie das alte System über Bord geworfen, ja, dieses Wilde und dieses Angriff. Und dieses wilde System, jeder Fan liebt natürlich das wilde System, außer er ist auch Fußball-Nerd. Ja, dann kann ich mich erfreuen an taktischen Finessen und einem 1 zu 1 gegen Werder Bremen oder so. Aber das können die Fans normal nicht. Und dann hattest du das alte über Bord geworfen, das neue hat noch nicht funktioniert. Du hattest einige Verletzte, du musstest ständig, hat Dino Topmöller umgestellt, teilweise aus Verletzungsgründen, teilweise aus weiß ich nicht Gründen. Und dann war das immer irgendwie so eine Baustelle, also eine komplette Baustelle. Und du hast halt nicht angefangen, erstmal den Keller zu bauen und da alles schön herzurichten und dann weiterzumachen, sondern du hast einfach den Keller angefangen, ersten, zweiten Stock auch gleich Baustelle und das Dach auch noch Baustelle. Also überall hast du gewerkelt und das funktionierte halt nicht. Und dann sind sie einfach gescheitert. Und sie haben einfach auch oft keinen so besonders ansehnlichen Fußball gespielt, was in Übergangsphasen normal ist. Aber am Ende des Tages sagen die Leute, ja, für was steht denn die Eintracht? Und es konnte aber keiner mehr sagen, für was diese Eintracht steht. Also das ist alles sehr gut nachvollziehbar. Gleichzeitig hat vielleicht die Eintracht das Problem, dass man nicht der erste Klub ist, der in jüngerer Vergangenheit diesen Switch versucht hat zu machen. Denn wir haben es einmal bei Gladbach gesehen mit Farke, wo ich ganz, ganz ähnliche Themen gehört habe. Da hieß es auch, Mensch, der will alles gleichzeitig machen, deswegen vorne, hinten, in der Mitte passt es nicht mehr. Es ist super langweilig. Und wir haben natürlich ein Positivbeispiel, was extrem negativ sich auf die Stimmungslage auswirkt. Nämlich, du hast bei dem VfB Stuttgart das Gefühl, dass es so einfach wäre, einfach alles zu verändern und damit einen Riesenerfolg zu haben. Dabei fallen bei denen gerade auch alle Dinge inklusive wahrscheinlich sogar Sternenkonstellationen und so weiter zusammen. Und wenn du sagst, er überfrachtete Spieler, also das interpretiere ich jetzt aus dem, er ist ein Fußball-Brain und nicht jeder Fußballer ist so, das können wir als Menschen, die mal mit Fußballspielern in ITU geführt haben, können das, glaube ich, sehr bestätigen. Dann ist es ja aber auch etwas nicht Neues, weil das ist in jeder Mannschaft so. Man könnte aber doch auch die Argumentation fahren, schauen wir uns doch mal an, mit welchen Spielern, auch Führungsspielern, auch denjenigen, die dann eben verlängerte Arm des Trainers auf dem Spielfeld sind. Denn in der Sekunde, in der das Spiel läuft, gerade Heimspiel Frankfurt, wo es laut ist, da kann der die nicht mehr überfrachten. Und wer ist da alles gewechselt? Das sind jetzt nur die Transfers aus den letzten beiden Transferperioden, du kennst hier natürlich. Sow ist gegangen, Kamada ist gegangen, Myrny ist gegangen, nochmal unter diesen Umständen, die noch ganz besondere waren. Ja, ja, natürlich. Hinterecker ist gegangen, Kostic ist gegangen. Kann es nicht auch sein, man hat den zweitjüngsten Kader der ganzen Liga. Kann es nicht auch sein, dass hier ein großes Problem liegt und dass es das für Demut Topmüller noch zusätzlich schwer macht, dass er nicht nur diesen schwierigen Umbruch hinbekommen muss, sondern wer auf dem Feld wäre denn die Konstante, die Achse, die da ist, die sagt, wir haben verstanden, was du willst, du hast es für uns jetzt richtig erklärt und wir kriegen das jetzt in jeder Phase des Spiels halbwegs auf einem ordentlichen Niveau hin. Ja, ja, es ist unfassbar schwer. Also da hast du einen jungen Trainer, der das erste Mal in einer der Top-Ligen in Deutschland Cheftrainer ist, er in Europa Cheftrainer ist, dann hast du eine junge Mannschaft, die teilweise in der Tat so jung war wie noch nie bei der Eintracht. Dass das schwer ist, ist völlig klar. Nur ich möchte irgendwann eine Entwicklung sehen. Ich möchte eine Entwicklung sehen und ich mache das immer an zwei Spielern fest. Nielsen Kunku, der meistens auf links außen seine Arbeit verrichtete und Junjordina Ebimbe, der französische Spieler der, und jetzt kommen wir schon zu einem der Probleme, eigentlich, jetzt mal überspitzt gesagt, außer Mittelstürmer und Torwart, alles gespielt hat. Und darum geht es ja. Ich will irgendwann sehen, ist da irgendwo eine Linie. Und zwar möchte ich das nicht nach dem zehnten Spiel sehen. Ich möchte es auch nicht nach dem fünfzehnten Spiel sehen. Ich möchte das ganz am Ende der Saison irgendwann sehen. Also das Leipzig-Spiel war wirklich in Ordnung, das letzte Spiel, das 2 zu 2, da hat man schon ein bisschen was gesehen. Aber man hat es meistens nicht gesehen. Und das ist so das Problem. Also da hast du diesen Nielsen Kunku, der spielt da auf links und ganz quirliger Typ, ja, großer Spieler. Und in seinem ersten Spiel gegen Werder Bremen, glaube ich, gleich ein Tor gemacht zu Hause. Und hinten dachte man schon, uiuiuiuiuiui, das ist aber ein Hallodreh. Und genau das habe ich in den letzten Spielen auch gedacht. Also ich habe da nicht die Entwicklung gesehen, ja. Der war genauso ungestüm nach vorne und was auch gut war, hat aber unglaublich viele Fehler gemacht im Spiel nach hinten. Und da gab es nicht diese Entwicklung. Also ich habe keine Entwicklung gesehen, ja. Oder wenn wir jetzt Dina Ebimbe nehmen, den hat er halt wirklich auf allen möglichen Positionen eingesetzt. Und dass das nicht funktionieren kann, wenn du irgendwann mal ein Korsett haben willst, was funktionieren soll, das liegt, glaube ich, auf der Hand, ja. Da haben wir das alle, auch wir Journalisten, nicht verstanden, warum nicht mal einfach durchspielen, wen du rechts hast, wen du links hast, dass du das einfach, dass du ein Korsett spürst. Und das ist, ich glaube, das ist so das Hauptproblem, ja. Ich weiß, was du meinst. Es ist ein junger Trainer, eine junge Mannschaft. Du hast Führungsspieler, die aber keine waren, wie Mario Götze oder Elias Giri, der in Köln das gemacht hat, in Frankfurt nicht. Und andere, ja, wo du so sagtest, weil die, die es sein sollten, Hasebe war dann schon irgendwann etwas, ja, ist halt nicht mehr so schnell und den hat man nicht mehr so oft eingesetzt. Und Sebastian Rohde als eigentlich ein Führungsspieler, der fiel praktisch die ganze Saison verletzt aus. So, und wen hast du denn da noch? Dann hast du halt Leute wie Elias Giri oder Mario Götze. Nur die waren fast die ganze Saison mit sich selbst beschäftigt, ja. Mario Götze hat immer wieder gute Spiele gezeigt, hat aber auch immer wieder, wurde auch verschoben auf die Sechs, auf die Acht und so weiter. Es war nicht so eine Stringenz da drin zu sehen. Und Elias Giri hat diesen Riesenfehler beim Ausscheiden im Europapokal gemacht, bei St. Gilloise. Das eine Gegentor, und das hat ihn wohl wochenlang, hat uns der Trainer irgendwann mal gesagt, den Topmeile wochenlang beschäftigt. Der ist halt sehr sensibel und hat ihn völlig aus dem Konzept gebracht. Dann hattest du die Afrika-Cup-Fahrer, ja, die alle in der Vorrunde rausgeflogen sind, ja, oder kurz danach. Ja, Mamouche, der ja eine super Saison gespielt hat, aber trotzdem. Dann hattest du Shaibi, der wohl monatelang daran zu knapsen hatte, weil die wohl da in der Elfenbeinküste die Fans von Algerien fast das Hotel gestürmt haben und seinen Kumpel in der Mannschaft Morddrohungen bekommen hat, ja, nachdem sie ausgeschieden waren. Das hat ihn wohl sehr belastet. Und so hattest du ganz viele Spieler, die es hätten sein können, die aber nur mit sich selbst beschäftigt waren. Und so hattest du am Ende keinen mehr, Robin Koch vielleicht in Abstrichen. Trapp kann eine Mannschaft nicht führen, hat auch keine gute Saison gespielt, als Torwart es immer spricht. So hattest du am Ende keinen, der diese Mannschaft führt. Das ist ein großes Problem auch in dieser Saison gewesen, ja. Und jetzt komme ich nochmal auf die Linie, auf das Konzept, was ich sehen will. Ich war am Wochenende beim Meisterstück von St. Pauli in Wien-Wiesbaden. Und ich habe die in dieser Saison nur im Fernsehen gesehen, das erste Mal wirklich live. Und ich habe eine Linie gesehen. Da wusste jeder Spieler, was er zu tun hat. Und die haben geduldig gespielt, die haben gespielt und gespielt und gespielt. Und irgendwann sind sie zum Erfolg gekommen. Aber wie gesagt, wenn einer den Ball hatte, alle anderen haben sich bewegt. Das war wirklich irre zu beobachten. Und jeder wusste, was er zu tun hat. Und das genau habe ich bei der Eintracht lange und oft nicht gesehen. Die haben auf jeder Position bessere Spieler. Aber ganz oft in den Spielen gab es kaum Bewegung der Leute, die ohne Ball sind. Keine Tiefenläufe, nichts. Ganz oft, wenn der Ball zurückgespielt wurde, hatte der Trapp den Ball, wollte ihn abwerfen, wollte ihn abschießen. Konnte aber nicht, weil er hat niemanden gefunden. Weil alle haben irgendwo rumgestanden. Also das ist so eine Sache, wo ich sage, irgendwann könnte ich da mal was erkennen. Und das liegt am Ende am Trainer, worüber jetzt natürlich in Frankfurt alle diskutieren, ist denn jetzt mit dem Dino. Ja, das ist natürlich ein sehr fairer Punkt. Man muss sagen, die Eintracht ist das letzte Team. Also hinter der Eintracht kommt schon der Cut der Teams, die weniger den Ball haben als der Gegner im Durchschnitt in dieser Liga. Ja, das stimmt natürlich. Die Eintracht ist ein Ballbesitzteam. Und man hatte sehr viel Tiefenballbesitz. Aber irgendwie die zweitwenigsten Pässe ins Angriffsdrittel, man hatte die zweitwenigsten Shot-Curating-Actions. Das sind alles Kategorien, in denen nur Heidenheim noch weniger Offensive gezeigt hat. Ach, schön, dass du das alles so untermauerst. In den Statistiken kenne ich mich gar nicht so gut aus und das ist toll. Genau. Ja, aber es war wirklich immer das Gefühl, was man auch hatte und klar, die Zahlen teilweise auch. Und gleichzeitig war aber Eintracht Frankfurt, wenn man es ins Angriffsdrittel geschafft hat, eins der am schnellsten spielenden Teams. Also sprich, man hat halt, also was, glaube ich, die Luft so rausgelassen hat. Ja, man hat lange gebraucht, um da hinzukommen. Genau, war dieses Rumgeschiebe hinten und Götze lässt sich fallen. Und er lässt sich fallen, dreht aber nicht auf, sondern er lässt sich fallen, um wieder zum Außenverteidiger zu spielen. Ja, okay, dann bleibt doch hoch, verdammt nochmal. Aber auf der anderen Seite ist es alles sehr leicht erklärbar. Ich finde, du hast auch schon wieder gerade so viele gute Argumente genannt, warum es nicht nur ein Dino Top-Meller entgegen haben könnte. Denn es ging auch in gewissen Phasen der Saison, vor allem am Anfang, darum Kontrolle zu bekommen. Man wollte erstmal versuchen, kontrolliert zu stehen und dafür brauchst du eben diesen, und dann baust du eben mit sechs statt fünf Spielern auf. Eigentlich ist so seine Philosophie eher so Fünf-Spieler-Aufbau, 2-3 oder 3-2, egal. Aber dann kommt halt noch jemand dazu und dann fehlt dir schon mal vorne eine Anspielstation und das war ein Problem. Und gleichzeitig sind aber ja alle Kritikpunkte, die du nennst, auf jeden Fall valide. Die Frage, die ich mir nur stelle, ist, warum glaubst du denn, dass Dino Top-Müller so viel verändert hat? Warum hat er kein Korsett gefunden mit sechs, sieben Spielern, die eigentlich immer spielen, wenn sie fit sind, und dann vielleicht noch der Rest wird aufgefüllt? Ja gut, das ist natürlich ein Kritikpunkt. Also er hat Dinge ausprobiert. Also er musste manchmal Dinge ausprobieren, weil Spieler verletzt waren. Aber meine Güte, also wenn ich jetzt bei anderen Vereinen mir das angucke, da waren auch immer Spieler verletzt. Oder beim Afrika-Cup. Frankfurt ist ja nicht die einzige Mannschaft, die jetzt afrikanische Spieler in ihrem Team hat. Das waren dann immer die anderen Afrikaner, die das irgendwie dann aber hingekommen haben. Und also es ist sicherlich auf keinen Fall nur Dino Top-Müller. Also da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Also es ist nie immer nur der Trainer. Also ich hatte es ja auch gesagt, viele Spieler hatten auch mit sich selbst zu tun. Und wenn du nur mit dir selbst zu tun hast und vielleicht auch im Hintergrund überlegst, was mache ich in Zukunft, wie sieht die nächste Saison aus? Das sind ja teilweise dann auch Spieler, wie Mario Götze oder Kevin Trapp, wo man sich auch vorstellen kann, dass die mal in Los Angeles spielen oder in Katar oder weiß der Geier. Und die jetzt auch vielleicht nicht ihr ganzes Leben in Frankfurt mitsamt ihrer Freundin oder ihrer Frau verbringen möchten. Und ich denke, das spielt da auch rein. Also so private Dinge. Und natürlich auch Markus Krösche, der ja wirklich in acht von neun Fällen richtig liegt. Vor allem im vergangenen Sommer. Die Menschen, die er da geholt hat, da waren fast alles gute Leute oder Volltreffer. Oder zumindest, wenn man jetzt Elias Giri nimmt, Menschen, wo man glaubt, dass sie es dann vielleicht in der kommenden Saison hinkriegen. Aber er hat natürlich Markus Krösche und im Verbund mit Dino Topmeller, aber das geht natürlich eher mit dem Kaderplaner und das ist Krösche zusammen. Hat natürlich verabsäumt bei all der Begeisterung für junge französische Spieler aus der zweiten Liga, die man dann in drei Jahren für 60 Millionen verkaufen kann. Irgendwie verabsäumt, Spieler zu holen, die den Mund aufmachen und die eine Erfahrung haben. Mit Van de Beek wurde das versucht. Das ist nun leider sehr gescheitert, weil seine Zeit anscheinend wirklich vorbei ist. Aber das war natürlich ein großes Problem, dass der Rode die ganze Saison praktisch ausfällt. Aber das hätte dir jeder Eintracht-Fan sagen können, dass das so passieren wird. Inklusive Sebastian Rode. Der hätte ja auch nicht getippt, dass er 30 Saisons gemacht hat. Nee, genau. Die Kopfwunde im Europa-League-Endspiel war das geringste Problem in der Verletzungshistorie seines Lebens. Ja, und da bist du sehenden Auges irgendwie reingegangen. Ja, du holst da noch im Winter ein Bahouja und was nicht alles. Anstatt, aber die sind ja auch nicht auf den Bäumen und einfach locker zu kriegen, du halt jemanden findest, der eine Mannschaft auch ein Stück weit führen kann, der ein Lautsprecher ist. Also ein großes Problem auf dem Platz, auch für Dino Topmüller und auch das Umfeld, also jetzt meine ich die Chefs da bei Eintracht Frankfurt war, dass es wohl sehr, sehr ruhig immer auf dem Platz war. Also da hat kaum einer mal einen wirklich, nicht zur Sau gemacht, aber zumindest mal sagt, hey, Alter, jetzt komm. Also die große Liebe zu Karin Prinz Boateng, der das natürlich ideal hinbekommen hat, auch wenn er jetzt wie in Barcelona am Ende kein Spiel mehr gemacht hat. Aber so einen brauchst du natürlich, ja, der einfach entweder halt in der Kabine oder im Spiel, es gab halt keinen, der dann mal außer so irgendwie rumjammermäßig zum Schiedsrichter gegangen und gesagt hat, hey, was ist denn los? Wo ist denn jetzt, wo haben wir denn jetzt das Problem oder so? Der so, der so oder auch dem Gegner sich mal entgegengestellt hat oder auch mal vielleicht ein taktisches Foul gemacht hat und gesagt hat, hier, jetzt geht's aber nicht weiter. Und die hast du halt nicht in der Mannschaft, ja. Und das ist natürlich auch ein Problem der Kaderplanung. Wie gesagt, es war sehr ruhig, das hat man stark registriert bei der Eintracht, es war sehr ruhig auf dem Platz. Es gab bis auf Robin Koch, der das in Ansätzen gemacht hat, in der Abwehr gerade ist es ja wichtig, dass du miteinander redest, ja, dass da auch mal Kommandos kommen und so. Und das war halt nicht der Fall. Und so, ja, so ein Gefühl hatte man als Zuschauer, sage ich jetzt mal auch. Dass da, da wird halt so vor sich hingespielt und wie du schon gesagt hast, man wollte halt diesen Ballbesitz haben und dann wurde halt dann gerne eher auch mal dann parallel oder nach hinten gespielt. Und so entstand diese unglaubliche Zähigkeit, wo man vielleicht sagt, Mensch, die hatten ja vier, fünf Chancen, aber das ist nicht in Erinnerung geblieben, sondern in Erinnerung geblieben ist dieses unglaubliche Ballgeschiebe. Und das hat die Leute wirklich entnervt, ja, das ist ja so ein emotionales, gefühlsmäßiges Ding. Also wie gesagt, da kommt Dino Topmeller bei uns dann mit dem Laptop an und sagt, gegen Werder Bremen war das schon sehr ideal. Also da haben wir alles viel richtig gemacht. Ja, aber das Spiel sah trotzdem nicht toll aus. Aber jetzt aus seinem Gesichtspunkt eines Fußballwissenschaftlers war das schon sehr ideal. Aber das Problem ist, dass alle drumherum A, das Wissen nicht haben und B, halt einfach eine andere Sicht der Dinge. Und so entsteht dieser Spread, ja, dass von Vereinsseite, vor allen Dingen von Dino Topmeller Seite, auch in den Pressekonferenzen nach dem Spiel, da hat er sich auch sehr unbeliebt in dem Sinne gemacht, dass er halt, also die Fans hatten immer das Gefühl, er redet alles schön. Also er kommt dann mit seinem Taktikwust und erzählt irgendwelche Storys und am Ende dachten alle, Mensch, das muss ja ein 3-0 gewesen sein. Das war aber ein 1-5 gegen Leverkusen, so. Und das wurde auch irgendwie so ein bisschen übel genommen, dass er halt durch seine fußballwissenschaftliche Art, und das ist er einfach nun mal, und dann soll er auch nicht aus seiner Haut raus, oder konnte nicht aus seiner Haut raus, halt vieles verkauft hat, was die Leute einfach nicht verstanden haben. Wir Journalisten teilweise nicht und die Fans schon lange nicht. Also, die Kommunikationsebene ist natürlich eine ganz wichtige. Wenn jemand sagt, Frankfurt makes trouble, ich glaube sogar in seiner Antrittspressekonferenz, und damit eine Choreografie zitiert, dann möchte man Trouble sehen. Man muss aber auch dazu sagen, das Interessante bei Eintracht Frankfurt ist, wenn du wirklich versuchst, dieses Team einfach zu lösen von dem Kontext, also nur das Spiel anzugucken, dir nicht zu überlegen, wir haben die früher gespielt, wer steht da am Rand, dann war so viel davon gar nicht so schlimm. Zum Beispiel, eine Statistik, ich wette mit dir, das würde jeder Frankfurter und jede Frankfurterin falsch tippen. Wo, glaubst du, liegt Eintracht Frankfurt bei den gewonnenen Zweikämpfen ligaweit? Ja, das ist wahrscheinlich so. Wahrscheinlich auf 5 oder 6. Es ist Rang 3. Es ist Rang 3. Ja, ja. Und es fühlt sich aber anders an, weil man, glaube ich, zu viel, und natürlich spielt es eine Rolle. Ja, man hat ja, du hast ihn ja genannt, man hat ja den Hinti, den Hinti, den Martin Hinteregger noch im Kopf, ja, wie er mit 20 Meter Anlauf zur Blutgrätsche ansetzte und den Ball wegzizierte, ja. Und das ganze Stadion stand, ich glaube, bei Situationen in dieser Saison, weiß ich nicht, gab es 5, 10 vielleicht in der ganzen Saison, wo das ganze Stadion stand nach einer Aktion eines Spielers, ja. Ja, klar, und er hat auch nicht den Ball weggeschlagen wie damals Oliver Glasner und das Stadion hat gedacht, oh krass, er kann ja was fühlen, wir mögen ihn auf einmal. Aber ich verstehe das total, dass das für Fans wichtig ist. Das ist der Spread, den du hast, ja. Aber auf der anderen Seite, nenn mir mal die Leverkusener Aktionen, wo jemand mit 20 Metern Anlauf eine Grätsche gemacht hat. Ja, ja, klar, nein. Ich glaube, diese Zeit des Fußballs ist vorbei. Ist vorbei, ist vorbei. Und natürlich, kommunikativ, da muss Dino Topmüller besser werden, denn so kannst du ein Umfeld nicht mitnehmen. Aber ich finde, die Verantwortung von uns Journalisten ist es doch, zu versuchen, uns so ein bisschen aus dem zu lösen und auch dann zu gucken, was ist denn gerade gefragt im Fußball. Und ich verstehe wirklich viele der Kritikpunkte an Dino Topmüller. Aber im Grunde musst du doch erstmal die Frage beantworten, glaubst du, er gehört zu den besten 6, 7, 8 Trainern in der Bundesliga? Gibt es so viele Trainer, die du über Dino Topmüller rinken würdest? Ihm fehlt einfach die Erfahrung und das merkt man an jeder... Genau. Und wo würde er die machen? Vielleicht bei Eintracht-Tipput? Ja, ja, natürlich. Wird er die Zeit haben, das ist das Problem. Also taktisch und was er an Ahnung hat, ja. Und da würde ich ihn sehr weit hoch ansiedeln, ja. Also er kommt mir so vor, so ein bisschen so, der ist emotionaler, der Tuchel, ja, aber so ein bisschen. Also guckt ständig, überprüft die Sachen, guckt so. Er kam, es gab eine... Also das hat ihn ganz gut beschrieben, fand ich. Es gab eine Pressekonferenz irgendwie mit Max, mit Philipp Max. Und die war zu Ende und dann haben wir Journalisten da noch so rumgestanden. Ein paar gingen schon und wir haben dann noch irgendwie ein bisschen Kuchen gegessen. Und dann kam auf einmal Dino Topmüller mit dem Pressesprecher Bartosz. Sehr nett. Beide sehr nett. Also wie gesagt, das ist ja auch so ein bisschen die Sache, wir kritisieren Dino Topmüller, aber er ist ein wirklich sehr, sehr sympathischer Mensch, der immer auch alles versucht, uns zu erklären, ja. Und dann kam er halt mit seinem Laptop um die Ecke, ja, und komm mal rein. Oh Gott, mit dem Laptop darf man natürlich zu FußballjournalistInnen gar nicht kommen. Schon, schon verloren. Nein, nein, nein. Er kam mit dem Laptop um die Ecke und hat uns dann einige Szenen gezeigt, zum Beispiel vom 0 zu 3 in Stuttgart, wie das entstanden ist. Und wo er so sagte, Mensch, guck mal hier, der Hugo Lars, und da läuft er nicht zurück. Und das ist das Problem, weswegen das Tor an Tor fällt. Und das fanden wir alle sehr sympathisch, ja. Also er hat versucht zu erklären, warum das Unentschieden gegen Werder Bremen eigentlich ein geiles Spiel war. Nein, aber er hat versucht zu erklären, das sind die Fehler, die will ich minimieren. Hier sind die Probleme, da wollen wir hin. Und wenn das passiert, haben wir ein Problem und so weiter. Und ich fand das sehr, sehr sympathisch. Was bei mir aber auch hängen geblieben ist, ist zum einen, wenn einer falsch läuft und dann schon alles lichterloh brennt, das kann auch nicht sein. Und das Zweite ist, macht er das in der Kabine auch, ja. Sagt er, hier, hier, Nils, komm mal her, komm mal her, ich zeig dir mal. Da hast du das so gemacht und jetzt guck dir das mal an. Und das meine ich mit überfrachten, ja. Also ich, wie gesagt, wir waren nicht die Kabine und es ist jetzt eine Projektion. Aber ich glaube, er weiß unglaublich viel. Aber er muss auch die Emotionen der Spieler, wie der Fans, ja. Da reden wir über das Gleiche ansprechen. Und da tut er sich schwer, ja. Also nehmen wir mal Nilsen Kunko, das habe ich mal gehört. Der hat ja irgendwie beim Stuttgart-Spiel dann einen etwas riskanten Einwurf zurück zum letzten Mann, zu Robin Koch gespielt, der den Ball dann prompt verlor und es fiel ein Tor. Er soll Nilsen Kunko wohl sechs verschiedene Möglichkeiten in der Woche oder in den Tagen davor an die Hand gegeben haben, wie er Einwürfe machen kann. Also wohin und warum und weshalb. Und also das kann ein Zufall gewesen sein. Aber vielleicht war der auch so vollgestopft im Hirn, dass der einfach dann gedacht hat, da jetzt hin. Also, weißt du, ich glaube, es muss ein Mittelmaß sein zwischen dem, was er kann. Und er kann unglaublich viel, der Dino Torpenmäller und dem, wie du das vermittelst, ja. Also du sollst nicht komplett Emotion sein. Und das Wichtigste, was du machst als Trainer, ist die Halbzeitansprache, ja, wo du viel rausreißen kannst. Das wird er nie sein. Das ist auch nicht mehr gefragt heutzutage. Aber du musst so ein Mittelding finden. Und das, finde ich, hat er in der Saison nicht so wirklich geschafft. Und wenn sich ein Axel Hellmann in einer bestimmten Phase der Saison, der wirklich sich nie zu sportlichen Dingen äußert, sich nach einem Spiel hinstellt und sagt, gegen Augsburg war es. Das war übrigens der einzige Sieg der letzten neun Bundesliga-Partien. Der einzige Sieg der letzten neun Bundesliga-Partien. Jetzt komme ich auch mal mit Statistiken. Aber das war wenigstens mal ein wichtiges Spiel, was man gewonnen hat. Ja, das war unglaublich. Nein, das war geil. Das war ein geiles Spiel in der zweiten Halbzeit. Ein geiles Spiel, wirklich. Da hat man, und das ist ja auch die Sinn, diese Sehnsucht, ja, nach so einer zweiten Halbzeit. Und da hat sich Axel Hellmann hingestellt, weil er das anscheinend genauso fühlt, ja, weil er auch so ein Fußballfan ist. Es ist so leicht, dieses Stadion anzuzünden, ja. Das hat er so gesagt. Und er stellt sich sonst nie nach Spielen hin. Und das war ihm wichtig. Ich glaube, es war ein Fingerzeig. Wir müssen eine Mischung finden zwischen der taktischen Orientierung, zwischen der Ballbesitzorientierung und auch das Stadion mitzunehmen. Und das ist in dieser ganzen Saison nicht gelungen. Und du hast es in diesem Augsburg-Spiel gesehen, in dieser zweiten Halbzeit. Die Leute hat es von den Sitzen gerissen und es war wieder Rock'n'Roll oder Heavy Metal, wie es Markus Gröschen mal sagt. Aber das war halt die ganze Saison halt ganz, ganz selten. Ja, das verstehe ich auch. Das ist das Problem, ja. Es ist ein Problem, aber auf der anderen Seite auch nicht. Also wenn ein Spieler mit mehreren Einwurfvarianten so überfordert ist, dass er dann die falsches Mögliche nimmt, nämlich die, die bestimmt nicht mit dabei war, wirf auf den Linken und Innenverteidiger, dann ist es vielleicht nicht der richtige Spieler. Also nicht alle Spieler müssen jetzt Wissenschaftler sein, aber dann kann man vielleicht auch mal drüber fragen. Dann können wir über die Kaderzusammenstellung reden und das siehst du bei allen Teams. Und wenn wir zum Beispiel sagen, nur ein Laufweg hat das Tor gegen Stuttgart verursacht, ich erinnere mich sogar noch an das Tor, dann müssen wir sagen, ja, aber was wollen wir denn? Also Hugo Larsson lief nicht zurück. Genau, er lief nicht zurück. Er blieb einfach stehen oder lief langsam. Aber die Sache ist doch, verhindern kannst du das nur, indem du so spielst wie am Anfang der Saison. Extrem kontrolliert und jedes Spiel endet 1 zu 1. Ich überspitze jetzt ein bisschen. Ja, ja, das ist richtig. Dann sagen alle, wir wollen mehr Offensive. Okay, dann muss ich mehr Spieler nach vorne schieben. Und was ist dann wichtig? Rücklaufverhalten. Das ist das, was Oliver Glasner ihnen wieder und wieder reingeprügelt hat, dass jeder von Kostic bis auch zum Letzten in die Rückwärtsbewegung geht in der Sekunde. Kurz, können wir den Ball zurückgewinnen im Gegenpressing? Wenn nicht, so, jetzt aber alle nach hinten. Und wer das nicht macht, der spielt nicht bei mir. Und Hugo Larsson, wie oft hat er noch gespielt? Also das heißt, es ist doch alles sehr, sehr gut erklärbar. Und gleichzeitig muss man doch aber auch mal sagen, ich finde, wir sollten Markus Kröscher hier nochmal ein bisschen mehr in die Verlosung mit reinnehmen. Denn bei allen Dingen, die er sicherlich auch gut macht, ist er zum einen in der Kommunikation auch nicht so gut, weil er auch manchmal eben von Heavy Metal Fußball spricht und eigentlich wissen müsste, was gerade möglich ist. Weil er antizyklisch sich verhält. Das ist zwar auf eine Art und Weise wieder berechenbar, dass er im Moment des Erfolgs sagt, naja, so geil ist gerade alles gar nicht. Und in Zeiten des Misserfolgs sagt er es wohl. Das ist, glaube ich, Manager-Handbuch, oder? Ja, so ein bisschen. Das ist ja auch grundsätzlich in Ordnung. Sie müssen Erwartungsmanagement, das ist ein wichtiger Teil des Fußballs. Aber wenn wir halt zum Beispiel darüber reden, und das ist ein Fakt, es fehlen die Spieler, die der verlängerte Arm sein könnten, die auch gewisse Erfahrungen haben. Ja, das ist auch seine Schuld. Genau, und da hast du vorhin gesagt, im Winter kamen da keine. Im Winter kriegt man die ja auch nicht. Also wenn du nicht gerade totales Glück hast und Eric Dyer von den Spurs hießt, wo alle gelacht haben, der im Nachhinein der beste Innenverteidiger war, das ist so selten, dass du im Winter einen Führungsspieler bekommst. Deswegen würde ich gerne mit dir darüber auch nochmal sprechen. Welchen Anteil hat Markus Grösche und wirft er hier nicht vielleicht auch ein bisschen Dino Töppmöller für den Bus? Es ist doch eigentlich sein Trainer. Ich meine bei der Antros-Pressekonferenz, wie er noch erzählt hat, Mensch, ich wollte ihn damals schon von Düdelingen holen und so weiter. Nein, es ist absolut sein Trainer. Genau, und die Hauptkritikpunkt, also als so der Wind so ein bisschen umschlug gegen Töppmöller war eigentlich, von daher kann ich das nicht so ganz nachvollziehen, was du sagst, jetzt kommt dieser Grösche uns immer mit Geduld, Geduld. Und wir hatten halt auch immer das Gefühl, es war sein Trainer, aber zum Beispiel Glasner war auch sein Trainer. Und mit dem hat er sich relativ früh zerstritten. Ja, also das, da muss ich schon sagen, da ist er, hat er nicht diese Kadavergehorsam. Nach außen schon, nach außen schon. Ja, also er hat sowohl Glasner als auch Töppmöller immer den Rücken gestärkt und hat nie, er wurde ja, Grösche wurde ja dann oft jetzt in den vergangenen Wochen auch angesprochen auf Töppmöller und hat immer gesagt, lass den Trainer da raus und wir müssen das alle zusammen hinkriegen, hat mit dem Trainer nichts zu tun und so weiter. Also der hat sich schon vor den gestellt. Aber das hat er bei Glasner auch gemacht, aber hat auch immer sehr kritisch die Trainer begleitet, aber intern. Und die haben sich, wie gesagt, der hat sich mit Glasner am Anfang der letzten Saison, hat er sich schon richtig gestritten nach dem Spiel bei der Hertha. Ein viertes Spieltag, oder was das war. Ja, ja, genau. Genau, also er schützt ihn in der Öffentlichkeit und das hat er auch wirklich mit Töppmöller gemacht, ja. Er spricht jetzt, zum Beispiel Markus Grösche spricht auch während der Saison nicht mit den Spielern, so. Gibt es ja schon, ne. Uli Hoeneß, bestes Beispiel, der dann halt zu Thomas Müller geht oder sich die ins Büro holt und sagt, hier, Trainer ist doch eigentlich scheiße, oder? Das hat er halt nicht gemacht, ne. Er wird es jetzt machen, im Nachgang machen, er wird mit allen reden, der Markus Grösche. Aber, um auf deine Frage zurückzukommen, natürlich ist es ein Manko, wenn du halt dann, du hast ja jetzt mittlerweile sechs oder sieben französisch sprechende Spieler in der Kabine, muss man sich auch fragen, ist das so schlau? Also, ich glaube, im Sommer werden nicht so viele französische Spieler aus der zweiten Liga kommen. Da hat, glaube ich, die Eintracht-Spitze um Axel Hellmann da, glaube ich, auch immer im Machtwort gesprochen. Das ist ja auch ein Problem, ne, wenn du auf einmal sieben oder sieben Spieler hast, die französisch sprechen in der Kabine und der Rest nicht, ja. Also, dann hast du so zwei Gruppen. Aber du hast natürlich einen Trainer, der französisch spricht. Ja, ja, das ist natürlich toll. Also, das ist ein riesen, riesen Vorteil natürlich, wenn gerade jetzt Skiri und andere, wenn es dann nicht läuft oder auch andere Spieler, Shaibi und Ebimbe und so, der kann fließen französisch, der Top Möller. Das ist natürlich überragend, ja, auch mit Iketike, der ja große Anlaufschwierigkeiten hatte, wo man fragte, hat er jetzt seit einem halben Jahr gar nicht trainiert oder hat er so ein bisschen trainiert oder ist er mal gejoggt im Park oder so? Das ist natürlich super, weil dann kannst du natürlich einen Spieler auffangen und du hast gesehen, dass das dann auch funktioniert hat, jetzt in den vergangenen Wochen, wo er dann vier Tore gemacht hat. Aber, dass es natürlich geht, wie gesagt, auch mit Markus Kröscher nach Hause, dass du dann einen Kader hast, wo halt, ich sag mal, überall ein Preisschild draufsteht, ja. Du holst dir die Leute, entwickelst die weiter, was die Eintracht in den vergangenen Jahren ja famos gemacht hat, also ja nicht nur Randal Kolo Mueni, sondern auch Lindström und andere, die du holst aus Kopenhagen oder sonst woher, dann zwei Jahre spielen lässt, auch international spielen lässt und dann für richtig brutales Geld verkaufst. Also das hat er ja wirklich sehr, sehr stark gemacht und das wird auch noch weiter gemacht. Also so ein Iketike, glaube ich, da hat er wahrscheinlich schon das Preisschild draufgesetzt in ein, zwei Jahren und wahrscheinlich wird es auch funktionieren. Nur, du darfst natürlich nicht vergessen, du hast noch eine Saison, die läuft und was wir gesagt haben, ja, also es fehlten die Führungsspieler, die fehlen dir halt aus. Und das ist natürlich ein Versäumnis und ich glaube oder ich hoffe, dass das im Sommer korrigiert wird, ja, dass man da dann jetzt mal sagt, okay, jetzt hole ich mal nicht das nächste Talent aus der belgischen oder französischen Liga, sondern ich hole mal jemanden, der mir weiterhilft. Nun, Jeff Chabot, glaube ich, hätte der Eintracht sehr gut getan, der geht jetzt wohl nach Stuttgart, weil es einer ist, der halt, das kann, ein Lautsprecher sein oder halt auch eine Mentalität mitbringt. Amiri wollte man ja haben von Mainz, der hat jetzt auch verlängert, wie ich hörte. So, also solche Spieler musst du jetzt holen. Man ist ja an Pascal Groß dran und so weiter. Du brauchst jetzt Menschen, die sagen, so, hier geht's lang und auch wenn der moderne Fußball modern ist, du brauchst immer noch Menschen, die mal sagen, Freund, hier läuft es gerade im Moment falsch. Der Trainer da draußen, der kann dich gar nicht erreichen, ja, das mache ich jetzt hier und das wirst du brauchen und das geht natürlich mit Krösche nach Hause und ich glaube auch, wenn auf dem Prüfstand, jetzt soll ja alles auf dem Prüfstand, auf dem berühmten und das finde ich übrigens stark. Das kann zwar auch laut Manager-Handbuch so geschehen, dass du halt nach Niederlagen deinen Trainer und deine Mannschaft schützt und nach Siegen nachdenkst, ja, aber auf mich wirkt es gut, ja. Also, dass du nicht, wenn du dann den sechsten Platz erreichst in der Europa League, dass du nicht sagst, heute feiern wir und wir feiern jetzt eine Woche und dann schauen wir mal, sondern dass du sagst, dass Markus Krösche in dem Fall den Druck hochhält, Axel Hellmann hat es ja auch gemacht in einer anderen Situation, dass du den Druck hochhältst und sagst, eigentlich war da auch viel dabei, was wir nicht so schön finden und das kommt jetzt auf den Prüfstand und wir wollen das nächste Saison besser machen, so gefällt es uns nicht. Das finde ich eigentlich sympathisch, dass du im Erfolgsfall sagst, ich überprüfe das, was passiert ist, weil du natürlich auch spürst, dass da das Umfeld irgendwie verloren ging. Das stimmt, das ist definitiv richtig und ich glaube, der Teil der Aussage von mir, an der du dich so ein bisschen gestört hast, war wahrscheinlich die Formulierung vor dem Buswerfen, habe ich das richtig rausgehört? Ach, nein, nein. Nee, aber er hat das getan während der Saison, aber jetzt erstmals, wirklich, das ist das erste Mal jetzt gewesen und es war natürlich eklatant, ja, mit auf mehrmaliges Nachfragen der Kollegen, ja, aber was ist denn jetzt mit Tom Müller? Sie können doch einfach sagen, dass sie mit ihm weitermachen und dann hat er nichts gesagt. Das ist natürlich schon eklatant, das hört man selten, natürlich, klar. Genau und was ich da dran eben kritisieren würde, auch wenn ich weiß, dass es schwierig ist für Markus Kröscher auch, ist, dass er das jetzt in so einem Schwebezustand lässt. Also du hast mir auch quasi den Punkt mitgebracht, die Zukunft von Töp Möller in Frankfurt hängt am seidenen Faden und da wird sie jetzt aber noch hängen bleiben, denn Markus Kröscher ist jetzt erstmal in Japan, um Makoto Hasebe seine letzte Pressekonferenz mit zu moderieren. Das ist natürlich sehr toll von ihm, dass er das macht und überhaupt über Rode und Hasebe müssen wir gleich auch nochmal sprechen, aber er weiß doch, was passiert und gleichzeitig kann man viel nach der Saison besser analysieren als während der Saison, aber man sollte eigentlich schon während der Saison wegen mir auch gerne mit Gesprächen mit Spielern, mit Führungsspielern herausfinden, in welche Richtung geht das. Denn wenn man jetzt zu einer negativen Einschätzung käme und eben sagt, okay, Dino Töp Möller, es reicht aus Gründen A, B, C, D nicht, dann hast du ja auch sehr wenig Zeit während der EM dir einen neuen Trainer zu suchen. Also ich empfinde das als ein bisschen Verantwortung wegschieben, hoffen, dass sich alles ein bisschen beruhigt und dann mit, wir machen weiter zurückzukommen und dann gehst du aber mit einem Trainer in die neue Saison. Also Dino Töp Möller wird er, meiner Meinung nach, muss der eigentlich dann Dino Töp Möller heißen, weil ansonsten hast du noch ganz andere Probleme im Sommer. Und dann steht Dino Töp Möller aber von Spieltag 1 an unter einem noch größeren Druck, als er sportlich schon gestanden hätte. Sportlich zu Recht, ich finde, da legt man aber noch eine Schippe drauf. Ja, ja, das stimmt. Also das stimmt absolut. Du hast ihn schon ein Stück weit, aber wie gesagt, die Situation hat ihn beschädigt, das muss man klar sagen. Und wenn du jetzt in die neue Saison mit ihm gehst, das ist ja nicht völlig ausgeschlossen. Also es ist im Moment noch ergebnisoffen, diese Diskussion. Man wird jetzt mit den Spielern sprechen, man wird für den Staff sprechen, man wird mit Dino Töp Möller natürlich sprechen und dann wird man gucken, ist da die Möglichkeit da, alles so ein bisschen anders vielleicht zu machen, dass ein bisschen, kann er sich bewegen? Ja, das wird eine große Frage sein. Und dann guckst du, ob es mit ihm weitergehen kann oder ob du dich veränderst. Und da gebe ich dir recht, Bayern München findet keinen Trainer. Na gut, das hat natürlich ein bisschen andere Gründe auch. Nochmal Stichwort Uli Hoeneß. Aber die Eintracht wird sich auch nicht einfach tun, da einen neuen Trainer zu finden. Und das ist ja immer dieser Reflex von uns Journalisten und vor allen Dingen auch von den Fans. Neuer Trainer ist immer geil, weil wir müssen ja nicht den neuen finden. Und deswegen, also ich glaube schon, dass es offen ist und man geht da offen ran. Wir sind jetzt noch bis Anfang, kommen dann Anfang nächster Woche zurück. Der Japan-Tross mit Makoto, das war halt lange geplant und das ist ein Volksheld in Japan. Und das wollte man aus PR-Grunden einfach machen, das finde ich auch in Ordnung. Und es ist jetzt im Moment die Stimmung hier nicht so, also die war während der Saison wesentlich aggressiver, habe ich das Gefühl gehabt. Dieses 2 zu 2 am Ende gegen Leipzig, wo sie nochmal 0 zu 2 aufgeholt haben. Wir kommen ja noch auf Rode und Hasebel. Diese Emotionen, ich glaube, Frankfurt giert nach Emotionen. Und so ein Abschied, ich glaube, das hat viele wieder versöhnt mit dieser Saison. Ja, und von daher, also ich empfinde im Moment keine Hektik oder Panik rund um Eintracht Frankfurt. Da ist jetzt nicht jeden Tag, dass da irgendwie neue, wie sagt man früher, Sau durchs Dorf getrieben wird. Das ist nicht der Fall. Ja, von daher kann ich verstehen, was du meinst. Aber es ist im Moment jetzt nicht eine totale Hektik oder so. Oder dass jeden Tag gesagt wird, wer kommt jetzt eigentlich für Topmöller? Da sind wir noch lange nicht dran. Und ich muss sagen, diese These, ich spreche während der Saison nicht mit den Spielern, weil das macht der Trainer. Und wenn das rauskommt, dass ich mit Spielern spreche während der Saison, beschädigt das den Trainer in der aktuellen Saison. Und das ist ja immer so, dass das rauskommt. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Vorgehensweise. Ich weiß, du verlierst da natürlich Zeit, absolut, verlierst du. Aber dass du mit einem bisschen Ruhe, was ich mir so wünsche, dass also die eine Ruhe haben, aber trotzdem dann irgendwann Alarm machen. So wie es auf dem Platz ist, wünsche ich es mir auch drumherum. Da ist jetzt die Ruhe, die ich eigentlich ganz angenehm finde. Und jetzt wurde aber gesagt, so, wir sind jetzt Sechster und Europa League, vielleicht sogar Champions League. Aber trotzdem darf es nicht so weitergehen. Das finde ich eigentlich, so ein Kontrapunkt, finde ich eigentlich ganz sympathisch. Und jetzt wird alles analysiert und ob das weitergeht oder nicht, wie gesagt, ist unklar. Aber ich würde dir dazu stimmen, das würde dann schon in den Testspielen, wo du dann, was weiß ich, gegen irgendeinen Oberligisten spielst. Da haben sie ja letzte Saison gegen Steinbach und Fulda Barockstadt oder Barockstadt Fulda oder was weiß ich, wie das so sich gruppiert. Lehner, das kommt dann auch noch drin vor in dem Vereinsnamen, beides Regionalligisten und haben, glaube ich, beide Spiele verloren. Es geht Barockstadt, Fulda, Lehner. Ja, ja, genau. Ich soll es wissen, aber ich habe es jetzt gerade mal ein bisschen durcheinander gebracht, die ganzen Namen, die in diesem Vereinsnamen sind. Spielen Regionalliga, Südwest und auch Steinbach. Und die haben beide Spiele meines Wissens verloren. Ja, genau. Ja, das war vergangene Saison völlig egal. Das wäre in der Vorbereitung der neuen Saison dann schon nicht mehr egal. Und das ist natürlich das Problem. Und von daher würde ich dir da zustimmen. Du hast natürlich durch dieses Ausweichen von Markus Krösche jetzt den so ein bisschen noch mehr auf dem Präsentierteller, den Dino Topmeller. Und die Fans fühlen sich ein Stück weit bestätigt in ihrer... Das tut mir auch wirklich leid irgendwie. Du hattest natürlich davor wirkliche Volkstribunen, ja, mit Oliver Glasner und mit Niko Kovac. Das waren Leute, die haben so richtig schön wie früher auf den Tisch gehauen. Die haben den Diver gemacht. Die sind auch mal in der Kneipe aufgetaucht in Frankfurt. Sogar öfter. Und das alles macht natürlich Dino Topmeller nicht. Ihm das vorzuwerfen wäre mies, ja. Er ist einfach ein anderer Charakter. Aber der hat dadurch schon so ein gewisses Problem. Weil das sind Trainer gewesen, wenn Kovac nicht zu Bayern gegangen wäre, wäre er auch auf Lebenszeit die Ikone gewesen mit dem Pokalsieg. Das waren natürlich Trainer, die geliebt wurden. Und er merkt natürlich auch, dass er in dieser Form nicht so geliebt wird. Egal. Auf jeden Fall, du hättest dann einen schon etwas beschädigten Trainer. Und du könntest dir nicht, der hätte dann nicht diesen Kredit, den er hatte am Anfang der vergangenen, äh, oder der jetzt abgelaufene Saison. Und das ist so ein bisschen das Problem, ne, von der ganzen Situation. Ja, genau. Weil ja auch die ganze Situation so ist, Dino Topmöller muss sich verbessern. Also Dino Topmöller, er ist ein sehr junger Trainer. Deswegen gibt es auch quasi die Möglichkeit, dass er sich verbessert. Und wenn du an diese Verbesserung glaubst, dann kann er Trainer bleiben. Genau. Und dann musst du aber Rahmenbedingungen schaffen, in denen so eine Verbesserung auch möglich ist. Und ich finde, dass man in der jetzigen Saison keine guten Rahmenbedingungen hatte, weil dieser Kader schief zusammengestellt war, weil ein Stürmer gefehlt hat. Und weil der Stürmer, den man dann geholt hat, nicht fit war und der andere extrem verletzungsanfällig. Also das sind alles Punkte für Dicantino Topmöller, gar nichts. Und der musste dann mit irgendwelchen 22-jährigen Menschen, die von Einwurfvarianten überfordert sind, musste er dann versuchen, Ballbesitzfußball zu machen. Ja, viel Erfolg damit. Also das, ich finde, die Rahmenbedingungen waren nicht gut in dieser Saison. Und wenn sich das jetzt so entwickelt, wie man erwarten könnte, nämlich dass man bei einer Analyse dazu kommt, okay, wir gehen jetzt ins nächste Jahr, wir versuchen und dann wird man ja, also hoffentlich wird man ja im Kader jetzt mal dann ein paar Lücken stopfen. Ja. Du hast ja schon gesagt, was es dann braucht. Und trotzdem werden die Rahmenbedingungen wieder nicht gut sein. Denn es, also für Dino Topmöller. Denn der Kader wird besser sein, wir alle werden sagen, so jetzt aber, jetzt muss es aber sofort. Ja, das ist eine schwierige Situation. Und nenn mir einfach das Beispiel, wo Ballbesitzfußball sofort funktioniert hat. Ja, ja, natürlich. Es braucht einfach Zeit. Und entweder weißt du das und akzeptierst das und kommunizierst das dann auch entsprechend, oder du lässt es bleiben. Und so wie aktuell Eintracht Frankfurt drauf ist, würde ich sagen, Ja, dann lasst es halt bleiben. Dann spielt halt euren emotionalen Umschaltfußball. Aber dann bitte auch nicht beschweren, wenn die Fußballwelt sich an euch vorbei entwickelt. Ja, ja, das ist ein absolutes Dilemma. Das, da würde ich dir absolut recht geben. Du kannst ja, also wie gesagt, man wird jetzt erwarten von Dino Topmöller, dass er sich ein wenig verändert. Ja, das hat man auch während der Saison schon. Da gab es schon immer mal auch den Hinweis, den Zarten. Da geht es ja auch, wie gesagt, um die Außendarstellung, dass du halt nicht immer mit diesem ganzen Taktik-Kram kommen kannst, der Öffentlichkeit. Das sagt Sophie über Deutschland, das tut mir leid. Aber findest du, es gab da schon eine Veränderung bei ihm während der Saison? Nee, nicht wirklich. Also es gab mal so Nuancen punktuell. Ich dachte aber so ein Stück weit auch diese ganze Sache mit Rock'n'Roll und Heavy Metal und auch jetzt alle für den Seppelrode und den Makoto Hasebe. Das wird irgendwie in der Marketingabteilung, glaube ich, kreiert, ja. Also das habe ich ihm nicht so abgenommen, dass er sich das überlegt hat, ja. Also tue ich ihm vielleicht sehr unrecht, ja. Also das war irgendwie so, komm, jetzt müssen wir mal so einen emotionalen Punkt setzen, ne. Ja, also wie gesagt, er ist nicht Oliver Glasner, er ist auch nicht Niko Kovac. Das darf man und soll man ihm auch nicht vorwerfen. Aber er muss sich doch ein Stück weit ändern, dass die Leute nachvollziehen können, was er will, ja. Warum stellt er sich nicht hin und sagt, pass mal auf, so und so, die Rahmenbedingungen sind im Moment, ja. Da macht er sich natürlich Feinde im eigenen Verein, ja. Aber er muss, glaube ich, mit einer größeren Ehrlichkeit daran gehen. Und wie gesagt, du sagst, dass wenn man jetzt keine Taktik hören will bei einer Fußballpressekonferenz, dann steht es schlimm um den deutschen Fußball. Aber du darfst halt nicht nur das bringen. Du musst halt schon so ein bisschen die Leute mitnehmen. Und das ist so ein bisschen das Problem, ja. Und ich weiß nicht, ob er sich da so, er wird darüber nachgedacht, dann stellen wir ihm einen erfahrenen Co-Trainer der Marke Armin Reutershahn zur Verfügung, der schon zusammengenommen, glaube ich, 100 Jahre Co-Trainer war bei Eintracht Frankfurt. Oder keine Ahnung. Wahrscheinlich am besten wäre, wenn er sich Alex Meyer daneben hinsetzt. Der ist genauso still wie alle anderen. Aber du musst irgendwie das emotionalisieren, diese ganze Nummer. Du musst es begleiten. Du musst beibleiben bei deinem Weg, dass du sagst, ich will jetzt wirklich nicht stehen bleiben. Dieser Dino Topmöller ist auf der Höhe der Fußballwissenschaft und er weiß, wo er hin will. Aber du musst es begleiten und umrahmen, weil sonst wird es nicht funktionieren. Das ist leider meine Befürchtung. Also es muss von irgendwoher auch verbale Emotionen kommen. Das ist völlig klar. Aber da würde es mich jetzt sehr wundern, wenn Dino Topmöller sich komplett verändert. Und wer sich komplett verändert, würden wir alle sagen, was hast du im Sommer gemacht? Also was ist denn mit dir passiert? Die zweite Ebene, aus der das ja kommen kann, und das gibt es ja durchaus bei Vereinen, ist aus Spielerkreisen. Also wenn es dann eben zum Beispiel einen Kapitän gibt, der immer wieder emotional, authentisch vermittelt, ich bin jetzt auch unzufrieden mit dem 1 zu 1 gegen Werder Bremen, aber glaub mir, das, was wir im Training machen, ist gut. Also da könnte ja viel abgefangen werden. Absolut, absolut. Aber du hattest ja diese Führungsspieler wie ein Kevin Trapp, der, wie gesagt, zu Recht nicht zur EM fährt, in meinen Augen. Also jetzt kaum Spiele gewonnen hat, mal durch seine Paraden und halt kein Fußballer ist. Also das, was die Nationalmannschaft haben will, ein Nagelsmann haben will, ein mitspielender Torwart, das ist er halt nicht. Und das war ja auch in dieser Saison nicht. Von daher ist er jetzt, und der hat sich halt dann immer hingestellt und gesagt, hat halt Nebenkriegsschauplätze aufgemacht. Hat halt nicht, wie du sagst, sich hingestellt und gesagt, das war echt scheiße, das wissen wir auch. Sondern dann war es die regionale Presse, die mal schuld war, weil sie immer so negativ berichtet. Oder dann waren es die Fans, die dann mal gewagt haben, nach acht Jahren, glaube ich, mal auf der Gegengrade zu pfeifen. Und dann lässt er sich da draufheben, der Kevin Trapp, und kritisiert das. Die Leute, die jedes Spiel 80, 70, 60 Euro bezahlen, seit 100 Jahren in das Stadion gehen und dann irgendwann mal genug haben. Was sollen sie denn sonst machen? Was sollen sie denn sonst machen? Und es war ja nicht so, dass es da 90 Minuten gellendes Five-Konzert gab, sondern es war dann eine Unruhe, die hast du gespürt. Und irgendwann gab es Pfiffe. Und dann kritisiert er das. Also da muss ich sagen, solche Führungsspieler brauche ich dann nicht. Also da gewinnst du gar nichts. Und da hast du schon recht. Also wenn du dann Menschen hättest, die das vielleicht dann auch stärker vermitteln können, dass es eine Baustelle ist. Dass das Haus jetzt halt langsam gebaut werden muss. Und dass auch ein FC Arsenal nicht von einem Jahr auf den anderen dann in die Champions League kam. Sondern dass die drei Jahre hatten, und das hat die Eintracht ja nicht mal, wo sie gar nicht im Europapokal waren oder so. Also ich erinnere mich jetzt nicht mehr zu 100 Prozent, aber ich würde es jetzt mal vermuten. Also es gab schon zwei, drei Jahre, die extrem dünn waren. Und das für eine Mannschaft wie Arsenal. Und dass das irgendwie besser transportiert wird und erklärt wird. Und das hat auch gefehlt. Aber das ist ja, wenn du auf dem Platz nicht den Mund aufmachst und es ist still auf dem Platz, warum sollst du es dann danach machen? Na gut, da kenne ich auch Leute. Ich bin ja hier öfter bei dem FC Bayern in der Mixzone. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Okay, das ist noch was anderes, ja. Aber ist das nicht dann... Aber so ein Rode, bleiben wir mal bei dem. Die wenigen Spiele, die der Rode gemacht hat, der hat gesagt, wir haben eine Scheiße zusammengespielt. Und wir müssen da und da und da und da ansetzen. Das war einer der wenigen, der mal dann wirklich das gesagt hat. Und das, ich glaube, das ist das Hauptproblem gewesen, dass die 1 zu 5 gegen Leverkusen spielen und danach so tun, als ob sie das Spiel gewonnen haben. Als ob das das Schönste und Beste überhaupt war. Und das kann noch nicht deren Ernst sein, ja. Kann aber auch zeigen, wie groß die Verunsicherung war. Wenn die Verunsicherung so groß ist, dass du vorher denkst, ey, wir werden hier chancenlos 0 zu 6 abgeschossen. Und dann siehst du, hey, wir hatten ja sogar Chancen, haben 1 zu 5 gespielt. Bist du darüber erleichtert? Aber dann stellt sich so ein Rode hin und einer der wenigen. Und Robin Koch hat es in Ansätzen auch gemacht, ja. Also, dass du einfach mal, ja, also die Leute ein Stück weit mitnimmst mit deinen Gefühlen, die du ja auch hast. Die haben ja auch alle keinen Bock, so zu spielen, also so lame zu spielen und dann vielleicht Gemurre auf der Tribüne. Da haben die ja auch keine Lust zu, ja. Ja, aber das passiert halt auch nicht, größtenteils. Und da glaube ich nämlich, dass das Karriereende von Sebastian Rode wirklich dramatisch ist. Auf jeden Fall. Es ist sportlich nachvollziehbar, weil er hat ja auch sportlich in der Saison leider keine große Rolle gespielt. Aber weil du das auch nochmal mitgebracht hast. Man verliert Sebastian Rode, man verliert Makoto Hasebe. Das ist heftig für Eintracht Frankfurt. Was geht denn da verloren? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir reden ja in den letzten halben Stunden über nichts anderes, als dass es kaum jemand gibt, der da mal Verantwortung auf dem Platz übernimmt. Und dann gehen so zwei Leute, die wirklich diesen Verein unglaublich geprägt haben, die, ja, Sebastian Rode halt für das steht, die Sehnsucht der Fans steht, auf einen kernigen Zweikampf. Und auf, er konnte ja beides, ja, oder er kann wahrscheinlich noch beides, aber die Knie machen halt nicht mit. Er konnte diesen Kampf, er konnte wirklich auch ein Zeichen setzen mal auf dem Platz. Und er hatte diese Übersicht, ja, er hatte diesen Blick für den Pass, für den Moment auf dem Platz. Er konnte das Spiel lesen und das haben ja sehr, sehr wenige, ja. Und, ja, und er hatte die blutige Wunde und hat weitergespielt mit Turban im Europa-League-Finale. Und er stand immer, immer an vorderster Front, aber war halt auch oft auf der Krankenstation, ja, der hat ja schon mit ganz jungen Jahren damals, der Kickers Offenbach, den ersten Kreuzbandriss gehabt. Und das zog sich ja, ich glaube, er hat drei dann am Ende gehabt und irgendwann, ja, es ging überhaupt nicht mehr. Und dafür, dass er so einen maladen Körper hat, hat er eine unglaubliche Karriere hingelegt, das muss man wirklich ja sagen. Aber, um auf deine Frage zurückzukommen, klar, also das wird eine riesige Aufgabe sein. Und da kann man dann schon wieder sagen, ja, wie soll Dino Topmelder das denn hinkriegen? Ja, also jetzt hast du noch weniger Leute, die da mal Führungsspieler sind und die du brauchst auf dem Platz einfach in vielen Situationen. Und jetzt holst du einen von außen und soll das funktionieren? Ich weiß es nicht. Man hat ja gesehen bei Elliot Skiri, der ja auch selber über sich sagt, er ist gar nicht zufrieden über seine Saison, dass das auch gar nicht funktionieren kann. Ja, also da habe ich immer noch Hoffnung. Ja, oder vielleicht zur nächsten Saison hin. Absolut. Also Führungsspieler wachsen in der Regel. Es ist ganz, 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 ganz selten, dass du dir einen Führungsspieler kaufst und der sofort Führungsspieler ist. Ja, ja, natürlich. Boateng war das einzige Gegenbeispiel, aber das ist einer von 10.000. Weil er halt in eine Mannschaft von Blinden reingekommen ist, eine Einäugige war. Also klar, bei schlechten Teams funktioniert das. Da kannst du jemanden holen. Du holst Nadim Amiri zum 1.05, die offensiv gar nichts gebacken kriegen. Dann gibt es jemanden, der 1.000 Sprints anzieht und sich 15 Schüsse pro Spiel nimmt. Ja, da kann das funktionieren. Aber auf dem Niveau, wo die Eintracht ist, geht es eben nicht mehr. Und eigentlich wissen wir das doch alle. Und ich weiß, dass es Fans dürfen und müssen da anders denken. Das ist mir völlig klar. Weil da geht es an die Emotionen dran. Aber wir als Beobachtende, wir sehen das doch alle. Und es ist doch eigentlich, ist diese Saison doch eine self-fulfilling prophecy gewesen. Es ist doch eigentlich alles genauso gekommen, wie man es sich dachte. Sie sind ohne Stürme reingegangen. Sie haben einen neuen Traum geholt. Sie wollten den Spießti komplett verändern. Sie haben im Winter korrigiert und haben da aber daneben... Ist einfach zu viel. Es ist einfach zu viel. Genau. Es ist einfach so. Und dafür hat man noch Rang 6 bekommen. Klar, mit Glück und so weiter und so fort, weil die anderen noch schlechter waren. Also das will ich jetzt ja auch gar nicht schönreden. Nee, nee. Aber ich finde eigentlich, wenn man einen Schritt zurücktritt, ist alles eigentlich so gekommen, wie man es erwarten musste im Normalfall. Oder wenn es eben ein bisschen Probleme gibt. Und der Positivfall, den hatte man halt zuletzt oft. Man muss halt auch so ehrlich sein und sagen, die Eintracht hat in den Saisons, wo sie sich dann über den Pokal immer die Bundesliga schön gesoffen hat. Ja, absolut. Genau so was. Hatte sie aber halt auch... Da hatte der Fußballgott wirklich manchmal schwarz-rot an. Und hat... Oder schwarz-weiß natürlich. Das ist natürlich Quatsch. Ja, ja. Ja, ja. Rot ist auch immer dabei, ja. Ja, ja. Aber schwarz-weiß wie Schnee natürlich war er. Ja, ja. Das ist ja völlig klar. Aber so ehrlich muss man doch auch mal sein. Da nimmt man ja nichts weg. Ich will das ja nicht schlecht reden. Aber wir sind halt immer alle so ergebnisgetreten. Du rätst ja eher gut. Nein. Nein, stimme ich dir in allem zu. Du musst, um jetzt mal nach vorne zu gucken, du musst aus der Mannschaft das entwickeln. Da hast du vollkommen recht. Du kannst jetzt nicht erwarten, dass du einen Spieler holst und der ist dann Führungsspieler. Das ist absolut so. Oder, ja gut, bei Pascal Groß würde es vielleicht funktionieren, aber kriegst du den, das ist ja die Frage. Aber du musst gucken, wer ist denn im Moment, ja. Also du hast einen Oma Mamouche, der jetzt in den vergangenen Wochen nicht mehr ganz so stark war, der aber in der Zeit, wo nicht viel zusammenlief, immer sein Tor gemacht hat und wirklich ein absoluter Aktivposten ist auf dem Platz und einer, der mit den Zuschauern kommuniziert, ja. Oder, der die anstachelt und so weiter. Also für mich ist das ein ganz großartiger Spieler gewesen. Jetzt müssen wir mal aufpassen, dass der nicht irgendwie nach England geht. Ja, und? Aber Hugo Eketike, Hugo Eketike, nur ganz kurz, Hugo Eketike ist für mich, wäre für mich der Nächste, der das kann, ja. Der übernimmt auch Verantwortung, der kommuniziert auch mit dem Publikum. So ein Braust-Do in Frankfurt und er zeigt jetzt auch Leistungen und wenn er in die nächste Saison geht, dann wird er auch eine ganze Vorbereitung gemacht haben und dann werden wir wahrscheinlich noch viel Spaß an dem haben. Und dann ist es auch einer, der Verantwortung übernehmen kann. Dann kommt Robin Koch von der EM zurück. Der wird vermutlich nicht so viele Spiele machen, aber auch der wird da wieder Erfahrungen sammeln und wird auch wieder dann stärker und selbstbewusster auftreten. Und dann wirst du vielleicht andere Spieler wie Elias Giri ohne Ballast in die Saison gehen lassen und dann wird das auch besser funktionieren. Also du hast schon die Möglichkeit, da Leute zu entwickeln, die das, was dieses große Loch, was vor allem durch Sebastian Rohde entsteht, aber auch durch Makoto Hasebe ist, wieder zuschütten können. Und, das darf man nicht geringschätzen, Robin Koch wird auch eine komplette EM-Vorbereitung bei dem Trainer machen, dessen fußballerische Idee sehr nah an der von Dino Toto ist, weil sie auch zusammengearbeitet haben. Ja, 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 absolut, absolut. Wer weiß, was der Julian ihm da beibringt in manchen Übungen, was er dann mit zur Eintracht bringt, wo Dino sagt, ja, das habe ich dir auch die ganze Zeit gesagt. Und Robin Koch sagt, ach so, ich habe es nie verstanden. Ist ein großes… Hast du mir es immer am Laptop gezeigt. Ich brauche es auf einer Schiefertafel. Nein, es ist ein großes Glück, dass der bei der EM dabei ist. Und da wird er wieder weiter wachsen. Das glaube ich auch, ja. Ich habe eine Frage, was Eketiki und Mamouche angeht. Denn ich habe das Segment zum VfB Stuttgart schon aufgenommen mit Phil Meisel. Und der hat anhand des Positiv-Beispiels Undaf und Guirassi, die miteinander Fußball spielen, die sich gegenseitig Tore vorbereiten, hat er das Negativ-Beispiel in Mamouche und Eketiki aufgemacht. Und das ist mir auch aufgefallen. Kann es sein, dass die Chemie zwischen den beiden nicht so wirklich da ist? Darüber kann ich dir gar nichts sagen. Also du weißt selber, wie weit mittlerweile Journalisten von Spielern entfernt sind. Früher, wenn irgendwas zwischen Marco Russ und irgendwie Rode oder Patrick Ochs war, dann wusste man das, weil man hat die Spieler einfach gefragt. Das ist ja schon lange nicht mehr gewünscht. Also da kommst du ja praktisch kaum mehr ran an die Spieler. Von daher, gerade wenn sie auch dann französisch sprechend bzw. englisch sprechend sind. Also jetzt, ob da irgendwas ist, das kann ich dir nicht sagen. Aber ich glaube, ich habe so das Gefühl, beide sind eigentlich gar keine Mittelstürmer. Also du brauchst eigentlich da so einen Kalajic mit heilen Knien. Und die anderen, Mamouche und Eketiki, kommen dann so über halb außen. Also ich glaube, das fehlt denen. Also ich sehe das auch, dass das nicht ideal ist, dieses Zusammenspiel. Aber es gab halt auch schon Situationen in den vergangenen Wochen, wo Eketiki mehrmals auch Mamouche eingesetzt hat. Fällt gerade das Spiel nicht ein, aber egal. Wo Mamouche dann ganz allein aufs Tor zugelaufen ist und das Ding nicht reingemacht hat. Mir fällt es jetzt wirklich nicht mehr. Wo zwei Leute umspielten, Eketiki und dann steilgepasst auf Mamouche. Also das passiert schon, aber ich glaube, sie brauchen jemanden da vorne im zentralen Sturm. Weil beide lassen sich immer sehr stark fallen. Beide gehen in die eigene Hälfte, holen sich da die Welle und so weiter. Du bräuchtest, wie gesagt, einen Kalajic mit heilen Knien. Dann, glaube ich, wäre die Saison anders verlaufen. Klar, du sagst, er ist auch sehr verletzungsanfällig. Das ging ja richtig gut los. Er hat gleich Tor gemacht gegen Darmstadt und so weiter, glaube ich. Aber dann war halt Knie kaputt. Also so einen brauchst du eigentlich. Und wenn es den gäbe, glaube ich schon, dass das richtig funktionieren würde. So sind diese beiden, sollen eigentlich teilweise auch da im Sturmzentrum sein vorne, lassen sich halt aber ständig fallen. Und von daher ist es, auch dieses Konzept da ganz vorne, ist noch nicht so ganz zu Ende gedacht. Ja, vor allem, weil sie sich immer auf die Flügel fallen. Beim VfB Stuttgart hast du ja die Besonderheit, die lassen sich immer in den Zehnerraum fallen. Ja, ja. Und da bist du halt dann näher in der Position, in der du in den Zehnerraum bist. Ja, ja, natürlich, natürlich. Aber du merkst, du merkst, dass sie das gerne machen. Und deswegen spreche ich es ja an, weil die immer wieder sich zurückfallen oder sehr oft auch auf die Flügel ausweichen. Aber dann hast du halt vorne keinen drin. Und das habe ich auch sehr oft in der Saison gesehen, dass dann irgendeine beherzte Flanke kam. Und da stand aber kein Flanke. Und da stand kein Flanke. Ja, am gefährlichsten waren die Flanken, wenn Ibimbe von der anderen Seite eingerückt gekommen ist. Ja, ja, genau. Wenn ein anderer Spieler dann mal da durchgegangen ist. Und das dann, da wirklich dann einer von denen beiden. Ich glaube, es war das Spiel gegen Leverkusen. Jetzt habe ich es. Ja, da gab es diesen Pass. Da stand es, glaube ich, 1 zu 1. Da stand es 1 zu 1 durch IGTK. Und dann gab es wirklich eine tolle Aktion von IGTK, der dann auch wieder aus der eigenen Hälfte kam. Und dann zwei Leute umspielte und dann steilpasste und dann Mamouche diesen Ball irgendwie übers Tor haute, was keiner so recht verstanden hat. Weil davor hat er sie immer reingemacht. So ist es auch mit der Eintracht. Die hat halt in den vergangenen Jahren immer mindestens irgendeinen reingemacht. Und wenn du dann mal eine Saison keinen reinmachst, so richtig emotional, dann meckern alle. Dann meckern alle. Ja, und es fehlen halt so manche Grundlagen auch einfach. Und da musst du aber auch, ich meine, wir haben jetzt schon Mario Götze und so weiter, wir haben schon genügend Namen genannt, die auch enttäuscht haben. Aber nur zwei Tore nach ruhendem Ball. Also es ist jetzt Stand 33. Spieltag. Ich weiß jetzt gar nicht, aber die Leipziger Tore, nee, das ist alles gefallen. Ja, ist brutal. Es ist zweitschlechtester Wert der Liga. Und das gehört halt mit dazu. Vor allem, wenn du auch ja diese Kopfballstarken Spieler hast. Pacho und Koch. Ja, gib ihm. Also bitte, einer auf dem ersten, einer im zweiten Pfosten und dann schauen wir doch mal, ob das jeder gegen... Also bei den Ecken gehen die Leute immer Bier holen im Eintrachtstadion. Also wenn es eine Ecke gibt, da weißt du, die kommt irgendwo Knie hoch. Mit Shaibi ist es besser geworden, aber der hat ja dann teilweise gar nicht mehr gespielt. Dann war es Götze und war es schwierig. Shaibi geht immer noch, finde ich. Aber so insgesamt, die hatten auch immer ganz tolle kurze Ecken. Das war immer ein großer Spaß im Stadion. Die kurzen Ecken, da wurde schon immer gefeiert auf der Tribüne. Da wurden schon die Feuer angezündet. Die kurzen Ecken, das war sensationell. Die dann irgendwann im Gegenangriff mündeten des Gegners. Und da denkst du so, meine Güte, der war doch auch für die Standards zuständig da bei den Bayern. Und seine Co-Trainer auch. Das ist doch Wahnsinn. Was machen die denn? Das ist jetzt sehr groß. Das haben sie in die Ecken von Kimmich so. Sehr stark. Ja, naja, so ist es ja. Aber sehr starke Fansicht auch. Das sind standardstark, weil sie immer 130 Ecken pro Spiel haben. Ja, sehr starke Fansicht. Aber überlegen die sich die ganze Woche, was sie machen bei einer Ecke. Und dann kommt da so eine kurze Ecke, wo der eine nicht weiß, was der andere macht. Und dann bist du echt ratlos. So, weil du so denkst, Mensch, redet doch einfach mal drüber. Oder vielleicht übt ihr das mal. Oder ich weiß es nicht. Und wie viel, ich weiß es nicht. Es war irgendwie die 300. Ecke oder die 250. Ich bin nicht, in Statistik bin ich nicht so gut. Wo dann jetzt mal wieder ein Tor entstand. Und ja, das ist schon Wahnsinn. Also ich weiß es auch nicht. Also die machen das auch mal, wenn wir im Training mal zuschauen dürfen. Aber ich weiß, so richtig verinnerlicht haben sie das noch nicht. Das Problem ist, ich meine, gegen Standardsituationen, da ist Eintracht Frankfurt besser. Da ist man das viertbeste Team in der Liga. Aber das ist ein Problem bei Standards, dass du es quasi immer mit dem eigenen Team übst. Das heißt quasi, wenn deine Defensive nicht gut genug ist, kann die Offensive nicht üben. Und umgedreht, wenn die Offensive nicht gut genug ist, kann die Defensive nicht üben. Und das Problem hatte Werder Bremen ganz lange. Aber das ist jetzt wirklich ein Detail. Bevor wir abschließend in die Saison aber reingehen, hätte ich gerne, was sind deine Prognosen? Wie geht es jetzt weiter? Topmöller, ja, nein. Wird der Kaderumbruch geschafft und lernt der Nerd Emotionen? Oder kommt jemand anders, der Emotionen reinbringt? Das ist echt, ich vermag es wirklich nicht zu sagen. Also von der Tendenz her würde ich sagen, es geht nicht weiter mit Topmöller. Aber sicher bin ich mir da wirklich nicht, weil er, wie gesagt, das theoretisch hinkriegen kann. Und wenn du ihm eine andere, bessere Mannschaft auf den Platz stellst, oder eine homogenere Mannschaft, also die nicht diese Schieflage hat, dann kann da auch mehr daraus erwachsen. Wir haben es ja gesehen beim Spiel gegen die Bayern 5-1 oder in der zweiten Halbzeit gegen Augsburg. Oder in diesem goldenen Herbst, als man da 3-1 in Hoffenheim gewonnen hat. Ein überragendes Spiel. Danach 3-3, da warst du an den Champions-League-Plätzen 3-3 gegen Dortmund. Eigentlich musst du dieses Spiel gewinnen, warst auch besser. Da haben die richtig geilen Fußball gezeigt. Also es war ja nicht so, dass die das nie gezeigt haben. Aber es war dann halt diese Monate der Lähmung danach, wo du das halt nicht mehr gesehen hast. Und deswegen ist die Unruhe. Ich glaube, weil die Leute auch gemerkt haben, die können es eigentlich. Aber werden sie es... Ja, egal. Kommen wir zur Frage zurück. Ja, also ich glaube, es wird eng, weil er halt, wie gesagt, jetzt durch diese ganzen Diskussionen schon angeschlagen ist. Und wenn du mit Topmaller in die neue Saison gehst, dann wird er auf Schritt und Tritt beobachtet. Und gleich, wenn es nicht gut läuft, werden alle Verrat, Verrat schreiben. Warum habt ihr den nicht rausgeschmissen? Sagen die Fans jetzt schon. Gut, es ist ja immer so, die lauten Fans sind ja immer die, die was wollen. Und die sind ja in der Regel gegen den Trainer. Die stillen Fans sagen nichts. Das ist so ein bisschen die psychologische Falle, die wir ja auch schon rausgearbeitet haben jetzt in der letzten Stunde. Dass du halt, dass der ein Stück weit beschädigt ist. Also ich weiß nicht, traue ich es ihm zu? Ein emotionaler Dino Topmaller. Ich bin mir unsicher. Ich bin mir unsicher. Ich hoffe, dass er weitermachen darf und die Kurve kriegt. Ja, das hoffe ich. Weil er hat das Eintracht-Gen, er hat für die Eintracht gespielt. Sein Vater war Trainer von der Eintracht. Also das passt eigentlich alles. Und vielleicht kriegt er es auch hin, Fußballfan zu werden. Und wenn er das schafft, nicht nur Wissenschaftler zu sein, dann könnte das was werden. Und wenn es Markus Grösche schafft, wirklich diesen Kader zu gestalten und diese Führungsspieler zu entwickeln und vor allen Dingen auch zu holen. Das ist ja eher sein Job. Und vielleicht holst du wirklich einen erfahrenen Co-Trainer, der einfach in bestimmten Situationen da auch helfen kann. Aber wie gesagt, es wird diese Gespräche geben mit den Spielern. Das ist immer ein bisschen schwierig mit den Spielern. Auch bei den Trainern davor waren die Spieler immer mal auch die, die auch den Ausschlag gegeben haben, dass es dann einen Trainerwechsel gab. Das ist halt echt schwierig, weil die Spieler, die musst du ja auch in die Verantwortung nehmen. Ja, du fragst quasi die Schüler, warum sie so schlechte Noten haben. Ja, das ist sehr, sehr schwierig. Du wirst mit dem Staff reden, du wirst mit dem Umfeld reden und dann wirst du zum Schluss kommen. Also von der Tendenz her glaube ich eher, dass es nicht weitergeht, aber ich glaube, es ist immer noch offen. Ich glaube, dass Spieler aus der Mannschaft sich entwickeln können. Was wir überhaupt nicht verstanden haben, ist, dass Hugo Larsson die vergangenen Wochen kaum gespielt hat. Wahrscheinlich wegen, weil er nicht zurückgelaufen ist gegen Stuttgart. Ja, aber weil du denkst, Mensch, der Skiri, der spielt nicht gut. Der Götze hat auch jedes zweite, dritte Spiel nicht gut gespielt. Warum ist der so außen vor? Das weiß keiner in Frankfurt, aber die nur Topmüller wird es wissen. Auch der ist einer, der sich sehr entwickeln kann. Und du hast die Leute, wir haben ja daraus gearbeitet mit Koch, mit Icky Tiki, mit Mamouche, wenn er nicht nach England geht. Mit Pacho hat eine überragende Entwicklung gemacht in der Hinrunde, in der Rückrunde, nicht mehr so ganz. Da könnte ich mir vorstellen, wenn da irgendwie Liverpool oder sonst ein Verein aus der Premier League vorstellig wird, dass man einen Spieler noch verkauft. Das könnte ich mir schon vorstellen. Das Geld dann benutzt, hoffentlich gut benutzt. Aber was ich halt hoffe, dass es nicht wieder diesen Umbruch gibt. Mit diesem Umbruch ist der Trainer, der neue Trainer, Dino Topmüller, ins Rennen gegangen. Das ist, wie gesagt, das hast du ja auch mehrfach nochmal angesprochen, das ist in der Tat keine besonders gute Situation gewesen oder einfache, sagen wir mal einfache Situation gewesen. Der Umbruch war gewaltig, aber dass er halt bis zum Ende der Saison gehen muss, das weiß ich nicht. Aber man geht mit besseren Voraussetzungen in die neue Saison, das glaube ich schon. Ich kann mir auch vorstellen, dass es mit Dino Topmüller wird. Von daher, ich bin hin und her gerissen. Von der Tendenz her glaube ich eher nicht. Gibt es die Möglichkeit, wenn er das überhaupt möchte, dass Sebastian Rohde irgendwie Teammanager oder irgendeine leitende Funktion bekommt, wo er nah am Team ist und immer mal wieder ins Mikro sprechen kann nach Spielen? Das ist sicherlich. Also da habe ich noch nicht so nachgehört, was man jetzt mit ihm eigentlich anfangen will. Ob es nicht Sinn macht, dass man da erstmal ein Jahr Pause macht und dass es dann so kommt. Da bin ich auch nicht Psychologe genug, was da Sinn macht. Weil er kennt die Mannschaft halt noch so gut und die sehen ihn halt auch eher als Mitspieler und auf einmal kommt er da an und ist Funktionär. Da weiß ich nicht, ob das so funktioniert. Aber vom Grundsatz her auf jeden Fall. Hasebe genauso wird auch in einer bestimmten Form eingebunden werden. Ja, natürlich kann das auch eine Möglichkeit sein. Kann das auch eine Möglichkeit sein, dass du diesen Faktor Erfahrung, der der Mannschaft halt schon ein Stück weit fehlte, dass du das darüber ein bisschen kompensierst. Ja, und Außendarstellung halt, finde ich. Ja, ja, natürlich. Ich meine, es ist purer Eigennutz. Ich will einfach Sebastian Rohde öfter in Mikrofone reden. Ich höre ihm einfach sehr gerne zu. Ich finde, das ist ein Top-Tipp. Ja, ein so ehrlicher, toller Mensch, der ja auch aus der Region hier aus Südhessen kommt. Immer, immer gerade gewesen. Immer ein gerader Typ gewesen. Sich nie hat verbiegen lassen. Nie irgendwie dieses Star-Allüren an den Tag gelegt hat. Ja, auch sich in sozialen Projekten. Der liebe Kollege Ron Ulrich hat ja da einen Film drüber gedreht. Der betreut halt Gefangene in der JVA. Frag mich nicht, weiter startet irgendwo. In irgendeiner JVA betreut er Gefangene. Geht wirklich zu denen in die Zelle. Redet mit denen. Versucht, die zu unterstützen. Er hat irgendwie noch eine Krebs-Hilfsorganisation gegründet. Also das ist wirklich ein sehr, sehr stabiler Typ. Und den zu binden als Eintracht Frankfurt, na klar. Sonst hätten sie den beiden nicht diesen Abschied da bereitet, der wirklich emotional, wir brauchen in Frankfurt die Emotionen, emotional wirklich einer der Höhepunkte der Saison waren, diese letzten zwei Minuten, die möchte ich bitte auch, dass du Didi nochmal anguckst. Die letzten zwei Minuten dieses Spiels, wo diese beiden Spieler im Spiel waren, wo der Schiri hingegangen ist zu den Leipzigern und gesagt hat, so komm, jetzt ist es mal gut. Wo auch Leipzig zum ersten Mal in seine so traditionsreichen Geschichte Jugendspieler eingewechselt hat. Also muss man sagen, Marco Rose hat auch quasi dann gesagt, okay gut, also wir versuchen es jetzt auch nicht mehr. Ja, aber das fand ich auch, also man, wie gesagt, wir lassen ja kein gutes Haar an im Konstrukt, aber das fand ich sehr gerade, dass sie diesen Deal, also das war ja augenscheinlich, also ich dachte, oh Gott, jetzt wird Rode oder Hasebe eingewechselt. Und von dem Zeitpunkt an ist nichts mehr passiert auf dem Platz. Das war wirklich ganz groß, da ziehe ich den Hut vor, da haben alle mitgespielt, sonst hätten sie es ja auch nicht gemacht, die beiden einzuwechseln. Aber wie gesagt, das war der, ist schon der emotionale Höhepunkt, so laut war das Stadion selten, als diese beiden verabschiedet wurden. Ja, mehr, mehr Rode und Hasebe wagen. Ja, sehr schön. Und Ballbesitz, aber bitte eine Mischung. Das Perfekte an diesem Spiel war auch dadurch, dass der Videowürfel defekt war, gab es die Unterbrechung und das hat halt dafür gesorgt, dass die letzten Minuten dieses Spiels, die ansonsten in der Konferenz völlig untergegangen wären, komplett übertragen wurden. Ich sage dir, der Fußballgott trägt schwarz-weiß, es ist nicht anders zu erklären. Und seitdem wissen wir auch, dass ein Videowürfel auch regnen kann. Ja, ja. Ganz toll. Und meine Güte, was wird der DFB in der UEFA, was werden die geschwitzt haben, dass es zum Glück nicht während der EM passiert ist. Ich meine, wir erinnern uns an den Konfett-Cup, wo Ronaldinho den Eckball ausgeführt hat und neben ihm der Wasserfall von Frankfurt runterkommt. Nee, aber dass dieser Videowürfel regnen kann, das wussten wir alle nicht. Also, dass der eine Sprinkleranlage hat, Kompliment, ja. Ich dachte so, oh, es regnet ganz schön. Oh, es regnet nur unter einem Videowürfel, das ist komisch. Ja, und weißt du, was das Bild der Saison gewesen wäre, wenn es nur auf Dino Topmiller geregnet hätte? Und dann dazu weiter sind Always Rain on Me. Das wäre das Symbol für diese Saison. Aber wie gesagt, nach dem Videowürfel ging es aufwärts mit der Eintracht, ja. Aber wirklich, so wie mit dem Videowürfel ja auch. Da haben sie dann das noch 2 zu 2 geschafft und also es muss irgendwie immer irgendein Quatsch passieren. Was ja auch dein Moment der Saison tatsächlich geworden ist. Geht es nicht. Quasi in den Saison-Awards drin, die Auferjagd gegen Leipzig und dann wahrscheinlich danach die Verabschiedung von Sebastian Rohde. Da hat man schon auch gemerkt, es gibt bei Eintracht Frankfurt bei allem, was schlecht läuft und so weiter und so fort und es war eine Umbruchssaison ja auch mit Präsident und so weiter, das haben wir schon unter der Saison besprochen. Es gibt so viel, was eint und darauf stehen halt Eintracht Frankfurt auch so sehr, Eintracht Frankfurt-Fans eben gemeinsam irgendetwas in Erinnerungen zu schwelgen, jemanden hochleben zu lassen. Das ist, das passt so gut zu diesem Verein und das war ein schöner Schuss, fand ich, für die Saison. Das war schön, man hat dann, die durften ja auch nochmal reden, das hat man gar nicht mehr verstanden, weil die Leute einfach so laut waren und diese beiden Spieler gefeiert haben und das ist diese Sehnsucht halt, diese Sehnsucht nach dieser Familie, wie du schon sagst und nach, dass endlich wieder der Rasen umgegraben wird. Es wird ein schwerer Weg, es ist ein Dilemma, es ist ein Dilemma, du willst im modernen Fußball ankommen oder noch weiter voranschreiten und du brauchst aber die Emotionen in Frankfurt, wonach es den Fans dürstet und das wird nicht einfach sein, in diesem Sommer diese Mixtur zusammenzubringen, einen Zaubertrank zu mischen, damit es in der nächsten Saison auch wieder auf Platz 6 geht, aber diesmal mit einem lachenden Gesicht. Ja, genau, das ist das Lustige, dass man exakt den Platz halten will und dann aber in einer anderen Stimmung. So, dann brauchen wir noch deinen MVP der Saison und deinen Unsung Hero der Saison. Wer ist dein MVP geworden? Ja, MVP, klar, Oma Mamouche, der in einer Zeit, als es gar nicht so richtig gut lief, immer sein Tor gemacht hat, wo man dachte, das gibt es überhaupt nicht, der hat schon wieder ein Tor geschossen, dann so ein bisschen ins Straucheln kam durch den Afrika Cup, ich hatte das ja schon gesagt, dass die da alle früh ausgeschieden sind und dass denen alles relativ nah ging, in den vergangenen Wochen nicht mehr ganz so stark, aber insgesamt Oma Mamouche und wenn du die Fans fragst, sagen auch alle, Oma Mamouche ist, ja, der MVP auf jeden Fall. Ja, der unbesungene Held, es ist gar nicht so einfach, ja, also, weil er am Ende gar nicht mehr spielte, ist es für mich Hugo Larsson, ja, der für mich das Größte, den größten Schritt gemacht hat in der Hinrunde, wirklich teilweise Führungsspieler war mit seinen, ich weiß es gar nicht, 20 oder was, das ist für mich und der halt am Ende nicht mehr vorkam, der kam nicht mehr vor, aber die Menschen lieben den, weil er halt in so jungen Jahren schon diese Verantwortung übernommen hat in einer Mannschaft, die keine Verantwortung übernehmen konnte oder wollte, von daher ist er für mich so der unbesungene Held, der am Ende ja kaum noch zum Einsatz kam, wo auch wir alle gesagt haben, hoho, hoffentlich kommt er nicht so selten zum Einsatz, dass er sich überlegt, vielleicht mal den Verein wieder zu wechseln, das hoffe ich jetzt nicht. Und die Fans, die Fans sind auch für mich ein Held dieser Saison, dass sie das alles teilweise ertragen haben, mitgemacht haben, sehr spät erst gepfiffen haben, sehr selten gepfiffen haben, was in Frankfurt eigentlich nie, in Frankfurt in den fangenen Jahren wurde nie gepfiffen, aber es war dann, wie gesagt, die Erwartungshaltung ist gestiegen und dann irgendwann will man das auch sehen und wenn man das nicht sieht, dann murrt man, aber ich finde, am Ende, wie gesagt, haben sich alle wieder in den Armen gelegen, Sebastian Rode und Makuto Haseba sind auf den Zaun gegangen, wurden da nochmal persönlich betreut von den Ultras Frankfurt und alle hatten sich wieder lieb und es war ein harmonisches Ende und so ist es doch schön. So ist es doch schön und das Gift der Saison, das hast du ausgelagert, also das Gift, das die Saison beschreiben soll. Da habe ich von Rob Chang, der auch im Forum immer sehr, sehr viel Input zu Eintracht Frankfurt gibt, eins dazu geschickt bekommen. Es zeigt Spongebob, wie er seine Fahrprüfung hat und am Schluss perfekt einparkt, obwohl er seine Badehose über dem Gesicht hat und Rob Chang hat folgende Begründen dafür. Für mich passt das Bild der Fahrschule relativ gut, weil es eben eine junge Mannschaft ist und sie noch viel zu lernen hat. Gleichzeitig ist eine Fahrschule eine teure Angelegenheit wie die Investition in den Kader und es ist entsprechend bei der Fahrprüfung relativ viel Druck auf dem Fahranfänger. Wenn dann noch die Sicht durch die Hose verdeckt wird, ist die Unsicherheit im Umfeld größer und allen scheint klar, dass das am Ende noch schief gehen wird, wie eben viele in der Rückrunde prognostiziert haben, dass die Eintracht auf Platz 10 abstürzen wird. Aber schlussendlich schafft die Mannschaft, wenn auch erst auf den letzten Drücker, das erste Mal seit vielen Jahren ihr ausgerufenes Ligaziel. Ebenso fährt Spongebob hier zum allerersten Mal in seiner Fahrschulzeit gut. Am Ende des Gifs ist dennoch niemand wirklich glücklich, dass das Ziel erreicht wurde, weil die Art und Weise davor sehr chaotisch war. Die Stadt wurde teilweise zerstört und auch nach dem Erreichen des Ziels ist Grösche für viele überraschend das erste Mal so richtig kritisch mit der Saison und dem Trainer und man wird schauen müssen, was das Ergebnis der Analyse sein wird. Also besser kann man es nicht machen. Eine großartige Interpretation eines Fadenbildes, sensationell. Aber wirklich, also das ist, ja. Vielen Dank, Rob Chang. Ja, großartig. Gut, dass ich das nicht gemacht habe. Ich hätte irgendeinen Scheiß über Emotionen erzählt. Ja, naja, die Sehnsucht, die Emotionsinfusion, sie ist so wichtig. Carsten, es hat so Spaß gemacht, über diese Saison mit dir zu sprechen. Eben auch, mir auch. Schön, da die Kontra-Seite mal einzunehmen und das zeigt ja auch, wir beide hatten gute Argumente und Gott sei Dank müssen wir jetzt nicht die Entscheidung treffen, wie es weitergeht. Das stimmt, das stimmt. Das möchte ich auch nicht. Es hat mir großen Spaß gemacht, war das erste Mal dabei und freue mich, dass, ja, wie gesagt, wir werden, wir werden das schauen, wie es jetzt weitergeht. Also, da man ja in Japan weilt, wird es nicht zeitnah passieren. Man wird sich noch ein, zwei Wochen, vielleicht auch länger gedulden. Dann schauen wir mal. Na, Geduld, das kann man doch in Frankfurt. Carsten, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Geduld, Geduld, danke. Und ich danke euch, lieben Hörerinnen und Hörer, für eure Aufmerksamkeit und für eure Unterstützung, denn der Rasenfunk ist und bleibt Paywall Werbe- und Sponsoren frei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwilligen Supporter-Zahlungen und in dieser Folge möchte ich mich da bedanken bei Vollspann, bei Eisbad, bei Thorsten M., Eleonore, St. Jürgen1909, Glückwunsch zum Aufstieg, Roman und Frau Ara, sie alle haben uns auf rasenfunk.de slash Supporters Club unterstützt. Ganz herzlichen Dank dafür. Ansonsten empfehle ich euch noch die Taktik-Folge, die wir im Royal aufgenommen haben, da kommt die Eintracht auch vor. Und abonniert doch gerne den Rasenfunk-Nationalteams-Feed, denn alles zur EM wird dort stattfinden. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Bis bald. Ciao. Das war der Rasenfunk. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank. Psst. Ich wusste alle, die mich kennen.